Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Bayaz, lieber Herr Gössel, liebe Frau Witwer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier heute zu begrüßen, quasi zum Herbstauftakt in dieser Rede, in dieser Seminarreihe. Sie erinnern sich, wir organisieren ja die Munich Economic Debates in Serien zu bestimmten Themen und wir sind derzeit in der Serie zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten im Juli damit begonnen, das ist also heute die zweite Vorlesung, die sich eben mit den Finanzen beschäftigen wird und ich freue mich sehr, dass heute Herr Dr. Bayaz zugekommen ist, Daniel Bayaz, den Sie erkennen und der Finanzminister des Landes Baden-Württemberg ist. Also lieber Herr Bayaz, herzlich willkommen in München, toll, dass Sie da sind. Wir haben auch Zuhörer online, die ich auch herzlich begrüße. Diejenigen, die online teilnehmen und Sie alle können Fragen stellen nach dem Vortrag und zwar über, wie üblich, über Slido. Sie können den QR-Code, den Sie sehen, scannen oder auch über slido.com sich da anmelden und hier also teilnehmen und Fragen stellen. Der Ablauf wird so sein, wie üblich, dass Frau Witwer gleich einleiten wird und Herrn Bayaz auch nochmal etwas genauer vorstellen wird. Dann kommt der Vortrag, dann wird diskutiert und wie gesagt, dann möchten wir auch mit Ihnen allen natürlich diskutieren. Jetzt übergebe ich aber erst mal an Frau Witwer. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Bayaz, lieber Herr Fust, lieber Herr Gössl, sehr verehrte Damen und Herren, Zeitung zu lesen und die Nachrichten im Internet zu verfolgen, das kann ja ganz schön deprimierend sein. Die Welt steht in Flammen, überall Krisen, Kriege und Katastrophen. Unentwegt berichten die Medien über brennende Wälder, über Überschwemmungen, aber auch über Erdbeben und kriegerische Auseinandersetzungen. Dazu kommen die Sorgen um die Zukunft, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Sie haben vielleicht gesehen, die neuesten EU-Prognosen heute. Die Inflation, die Schulden, die Arbeitslosigkeit, Standortattraktivität, sie alle, sie kennen die Stichworte. Probleme schreien, Lösungen flüstern, das sagte einst der Publizist David Bornstein. Und ganz in diesem Sinne haben sich das Ivo-Institut und wir, die Süddeutsche Zeitung, gemeinsam dazu entschlossen, eben nicht nur diese Probleme, diese schreienden Probleme zu verwalten, sondern eben auch gemeinsam in dieser Veranstaltungsreihe nach Wegen zu suchen, nach Lösungen zu suchen und eben auch nachhaltigen Lösungen zu suchen. Und das, deshalb fragen wir uns in der laufenden Serie, Herr Fust hat es gerade gesagt, nicht nur einfach, ist Nachhaltigkeit eine Wachstumsbremse, sondern wir fragen uns auch, vielleicht ist ja im Gegensatz, im Gegenteil sogar ein Garant für künftigen Wohlstand. Im Juli, kurz vor der Sommerpause, hat Clemens Fust den Auftakt dieser neuen Serie gemacht, hat eröffnet, einen makroökonomischen Überblick über das Thema gegeben und heute, ja heute steigen wir ganz tief ein, nämlich in die nachhaltige Finanzpolitik. Und zwar machen wir das sehr gerne, wie bereits vorgestellt, ganz kurz mit Finanzminister Dr. Daniel Bayas. Daniel Bayas ist mir schon 2020 aufgefallen, kurz nach Ausbruch des Wirecard-Skandals. Sie waren damals noch Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Finanzausschusses und Sie sind fast wie ein Journalist, eigentlich hartnäckig, aufklärerisch da ermittelt fast. Als Wirecard-Skandal-Aufklärer haben Sie den SPD-Finanzminister, den damaligen Olaf Scholz, auch ein bisschen in die Bredouille gebracht. Ende 2021 haben Sie dann beschlossen, Berlin den Rücken zu kehren und dem Ruf von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu folgen und sind, glaube ich, seit Mai 2021 Finanzminister der grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart. Und in dieser Funktion sind Sie auch hier. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute Abend zu diskutieren. Wie gesagt, über nachhaltige Finanzpolitik und dabei eben nicht nur einfach die Probleme zu benennen, sondern eben auch der Frage nachzugehen, wie der Staat nachhaltiges Wachstum unterstützen kann, ohne einfach immer mehr Geld ins System zu pumpen. Dass Deutschland und eben auch Baden-Württemberg nicht so einfache Zeiten haben, das haben wir gerade heute, ich habe es kurz erwähnt, wieder feststellen können. Sie haben die EU-Konjunkturprognose vielleicht mitgekriegt gesehen. Deutschland ist in einer oder die Probleme, die nehmen dort zu. Das Wachstum ist eingebrochen. Wir haben eine Inflation, die die Nachfrage dämpft. Wir haben aber zugleich auch die Exporte. Und gerade in Baden-Württemberg mit der starken Autoindustrie ist das natürlich ein Thema, wenn die Exportnachfrage einbricht. Also wir werden sicherlich genug Themen haben. Aber bevor ich länger rede, freue ich mich vielmehr, Sie reden zu hören. Herr Dr. Beihotz, darf ich Sie auf die Bühne bitten. Ja, sehr geehrter Herr Professor Fust, erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich wirklich, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen, um bei den Munich Economic Debates mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Es wird ja viel diskutiert, wenn man heute in die Süddeutsche, nehmen Sie eine Zeitung Ihrer Wahl vor allem, aber die Süddeutsche, mal in die Hand nimmt und schaut. Es wird über unseren Standort diskutiert, über den wirtschaftlichen Ausblick, über die Bundesrepublik gibt es viel zu diskutieren. Und wo könnte man das besser machen als bei der größten IHK in Deutschland, dem IFO-Institut und der Süddeutschen Zeitung. Deswegen auch an Sie, Frau Witwer, vielen Dank für die Einladung. Und auch an Sie, Herr Gösselwang, herzlichen Dank als Gastgeber. Ja, liebe Gäste, meine Damen und Herren, ich fange jetzt mal so an, vielleicht so ein bisschen jetzt auch das Warmwerden nach der parlamentarischen Sommerpause, wie es ja bei uns im politischen Jargon heißt. Keine Sorge übrigens, das heißt nicht, dass wir nichts machen, aber die politische Maschine hält mal ein bisschen inne und das tut uns ja auch in aufgeregten Zeiten manchmal ganz gut. Wir sehen übrigens, dann verlagern sich manchmal Debatten ins Bierzelt. Bayern noch umso mehr, aber sei es drum. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich habe letzte Woche genutzt, um einmal hier in München bei der IAA vorbeizuschauen und war danach in Berlin beim Kämmerertag, wo sozusagen die Hüterinnen und Hüter der Kessle, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, der Kommunen, sitzen. Und beides waren eigentlich bemerkenswert, weil man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was sind eigentlich die politischen Diskussionen im Brennglas, die wir gerade so führen. Und bei der IAA gab es natürlich viele im Vorlauf der Messe, viele auch kritische Berichte, die den Finger in die Wunde der deutschen Automobilindustrie legen. Eine unserer Leitindustrien in Baden-Württemberg wahrscheinlich noch viel stärker als anderswo in der Republik. Wir hängen natürlich am Auto wie kaum eine andere Region. Und wir merken, dass der globale Wettbewerb wirklich buchstäblich Fahrt aufnimmt. Sie kennen alle die Aufstiegsgeschichte von Tesla. Man hat aber auch hier bei der IAA gemerkt, ich weiß nicht, wer von Ihnen es geschafft hat, der Atem der Chinesen ist dort buchstäblich spür. Das merkt man auch bei den exponierten Ausstellern, die wir dort haben. Und natürlich habe ich aber auch mit zeigen lassen, was nicht nur übrigens die OEMs, also die großen Autobauer, sondern die Zulieferindustrie zunehmend auch Start-ups an Innovationen da auf den Weg bringen. Und ich finde, da entsteht unheimlich vieles Neues. Aber dass dieses Rennen, dieses buchstäbliche Rennen, die Metapher passt, glaube ich, in der Branche ganz gut, gerade die Karten neu verteilt werden, das lässt sich, glaube ich, nicht ganz von der Hand weisen. Und ich komme auf den Kämmerer-Tag. Da geht es um eine mega trockene Materie, aber eine, die verdammt wichtig ist, weil sie das Fundament der Beziehungen von Bund, Länder und Finanzen legen. Nämlich wie ist eigentlich unsere föderale Finanzordnung? Städte und Gemeinden, die einen mehr, die anderen weniger. Ja, und ein reiches Land wie Baden-Württemberg oder auch Bayern, da sind die Kommunen ein bisschen anders ausgestattet, als nehmen Sie Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Aber trotzdem, insgesamt machen sich alle Gemeinden, alle Städte große Sorgen, dass übrigens auch die steuerlichen Entlastungen, die jetzt auf dem Weg sind, ja, mittlerweile hat es ja jeder, auch aufgrund der Konflikte und der Berichterstattung zumindest mal dieses schöne Wort gehört, Wachstumschancengesetz. Das muss ja von jemand auch finanziert und bezahlt werden. Und das schlägt natürlich bei den Gemeinden und Kommunen, die von der Gewerbesteuer mehr oder weniger leben, auch voll durch. Und natürlich haben die andere Riesenaufgaben, Kita-Ausbau, Flüchtlingsunterbringung. Und zusätzlich, auch das habe ich klar vernommen, auch das wird, glaube ich, keinen von Ihnen wundern, dass die kommunalen Verwaltungen und wahrscheinlich nicht immer ganz zu Unrecht auch darüber klagen, dass die darüber geliehenen politischen Ebenen manchmal es zu gut mit Ihnen meinen, was Bürokratie und was konkrete Vorgaben angeht. Manchmal ist es schon wichtig, auch dem Prinzip der Subsidiarität, die Verantwortung dorthin zu delegieren, wo die besten Entscheidungen gefällt werden können. Also ich kann das auch im Großen und Ganzen nachvollziehen. Also, das ist der Klassiker. Der Handlungsbedarf wurde identifiziert. Aber jetzt, wenn es darum geht, Veränderungen auf den Weg zu bringen, aktuell sind das vor allem steuerliche Impulse. Dann geht es gleich um die Frage, finden wir das eigentlich gut? Und da habe ich rausgehört, da gibt es da eine große Skepsis. Und ich habe deswegen erst mal ein Zitat von Ihrem Kollegen, Herr Fuß, mitgebracht, nämlich von Moritz Schularek, dem neuen Vorsitzenden des Instituts für Weltwirtschaftsheils, glaube ich, in Kiel. Der nimmt ja auch sonst kein Blatt vor den Mund. Was mir gefällt, der gesagt hat im Interview mit dem Spiegel vor zwei Wochen oder so, wir sind Veränderungsangsthasen geworden. Ich bin nicht als Politiker ein bisschen immer bedacht, andere Worte zu finden, aber ich würde erst mal sagen, ja, wahrscheinlich hat er recht. Wahrscheinlich hat er recht, denn wir stehen uns gerne mal selbst im Weg oder blockieren uns. Und im Zweifel ist es so, dass wir das Negative vor allem besonders irgendwie nach vorne schieben, wenn es um öffentliche Diskussionen geht. Und dann manchmal auch ein düsteres Bild herbeireden. Und man kann sich ja auch, das gilt übrigens für den Sport wie für die Wirtschaft, und ich komme da später nochmal drauf zu sprechen, man kann sich ja auch in eine Krise manchmal hineinreden. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich die Diskussion aktuell sehe, dass das so ein bisschen eine Schlagseite bekommt. Das heißt nicht, dass alles fein ist, das wäre arrogant, um nicht zu sagen naiv, aber ich glaube, unsere Ausgangslage ist besser, als man manchmal öffentlich den Eindruck bekommt. Ich will heute versuchen zu skizzieren, was es nach meiner Meinung braucht, um diesen Zustand, in dem wir uns befinden, zu überwinden und dass wir als Standort auch wieder Wettbewerbsfähigkeit erlangen. Denn so interpretiere ich übrigens auch meine Rolle. Ja, ein Finanzminister im Schwäbischen sowieso ist immer der, der auf dem Kessel sitzt und erst mal Geld für gar nichts hergeben möchte. Aber ich glaube, so ein Amt immer auch konjunkturpolitisch, wirtschaftspolitisch, industriepolitisch zu interpretieren, auch zu leben, mit der Wirtschaft zu atmen und dafür zu sorgen, dass wir auch noch ein stabiles Fundament haben, damit wir auch in Zukunft eine prosperierende Wirtschaft und dann am Ende wieder Steuereinnahmen haben, damit sich auch der Finanzminister freut. Ich glaube, das ist der Kreis, um den es geht. Und natürlich ist es so, dass erfolgreiche Unternehmen und auch eine gute Konjunktur die Grundvoraussetzungen sind. Nicht nur, dass die Finanzpolitik irgendwie funktioniert, sondern dass der Staat, unser Gemeinwesen am Ende, ich glaube, so pathetisch kann man sein, auch die Demokratie funktioniert. Marktwirtschaft, Demokratie, das ist ja ein Geschäftsmodell, was von einigen Regionen dieser Welt zumindest mal gechallenged, also in Frage gestellt wird. Und ich glaube, auch die Frage müssen wir uns sehr ernst stellen. Ich will einfach mal anfangen, zurückblicken und auf den Status Quo kommen. Denn die letzten Monate, die letzten Jahre, ich brauche Ihnen das alles nicht sagen, waren geprägt von tiefen Krisen. Wir erleben auch so etwas wie einen Erschöpfungszustand in der Gesellschaft. Wir erleben Polarisierung. Wir erleben Zuspitzung. Wir erleben auch eine starke Verunsicherung, zuletzt aufgrund der Pandemie, aber auch der Energieknappheit. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft. Das macht was auch mit den Unternehmen, die eigentlich Verlässlichkeit, verlässliche, stabile Rahmenbedingungen brauchen, um ihr Geschäft voranzubringen. Und deswegen ist es natürlich auch zuallererst eine politische Aufgabe, in solcher Zeit Stabilität, Sicherheit, Verlässlichkeit auszustrahlen. Und ich bin jetzt mal sehr diplomatisch. Das ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit in Berlin nicht unbedingt immer der Fall gewesen. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Ich finde, man muss fair sein. Man muss fair sein in so einer Bewertung. Wir müssen, glaube ich, mal anerkennen, dass diese Regierung, dieses Land, diese Gesellschaft, auch die Wirtschaft, die Industrie im letzten Jahr gut durch die Energiekrise gebracht hat. Da passieren Fehler jeden Tag. In Krisen, wo es keine Anleitung gibt, wo es keinen Blueprint gibt, den man einfach mal rausholt, ist das gar nicht zu vermeiden. Aber trotzdem ist es so, dass dort im Großen und Ganzen gute Arbeit gemacht wurde, gerade für eine Regierung, die übrigens neu ins Amt gekommen ist, die sich im dicken Koalitionsvertrag ganz viel wünscht dir was. Ich sage das mal ein bisschen flapsig. Politik muss ja auch natürlich Ambitionen haben, aufgeschrieben hat und auf einmal in so eine historische Krise kommt. Und ich habe den Eindruck, diese Regierung hat mit jeder Faser ihres Körpers, mit ihrer Pore auch diese Krise angenommen. Die Ernsthaftigkeit, die Konzentration, die war enorm hoch. Und trotzdem, das gehört auch zur Ehrlichkeit, ist nicht einmal alles gut gelaufen. Das habe ich eben schon durchblicken lassen. Ich fand es übrigens auch nicht immer gut, die Kommunikation, und zwar nicht nur an die Gesellschaft, sondern auch mit und auch zum Teil über die Ökonomen und Ökonomen in diesem Land. Ich glaube, das geht besser. Denn Politikberatung ist ja nicht dazu da, dass wir die Fankurve haben, die der Politik immer nur Applaus gibt und sagt, ihr macht alles gut und richtig, sondern die legt ganz bewusst auch die Finger in die Wunden. Und dass es dann auch mal unterschiedliche Meinungen gibt. Die Diskussion gab es ja sehr vehement bei der Frage, wie kommen wir weg von russischem Öl, Gas und Kohle. Ich glaube, das war, und auch das ist diplomatisch, nicht immer eine Glanzleistung. Und trotzdem, ich glaube, wir müssen eine faire Bewertung abgeben für den Status quo. Ich bleibe dabei, die Bundesregierung hat an dieser Stelle Anerkennung verdient. Und ich kann nur empfehlen, kleiner Werbeblock, nicht für mich, sondern für die ARD. In der ARD-Mediathek gibt es seit gestern eine spannende, dreiteilige Doku von dem Regisseur Stefan Lambi, der sehr nah an den Entscheidungsträgern, in den Menschen, die ja nicht nur mit ganz viel Stress und Druck, sondern auch im Blindflug, weil man ja gar nicht weiß, wenn ich dies mache, was passiert eigentlich morgen, Entscheidungen treffen musste. Und es gibt so ein bisschen Gefühl, unter welchem Druck die Politik an der Stelle steht. Und deswegen, glaube ich, gehört das auch mit in den Diskurs und mit in die Bewertung. Sie merken es schon, jetzt kommt die dramaturgische Brücke, nämlich das Aber. Ohne Aber geht es an der Stelle auch nicht, denn seit dem Abklingen dieser akuten Krise und seitdem wir wieder ein bisschen mehr zur Normalität oder zur neuen Normalität, ich glaube, die alte Normalität, die wird so einfach nicht mehr wiederkommen, zumindest das, was wir vor ein paar Jahren unter Normalität verstanden haben, sind wir irgendwie doch wieder in der Routine und wir merken, es gibt weiterhin zu viele Nebengeräusche, auch politische Nebengeräusche, die übrigens nicht nur die Gesellschaft und die Wirtschaft verunsichern, die auch uns in den anderen politischen Ebenen, wir sind ja auch von stabilen, von verlässlichen Rahmenbedingungen abhängig und ein Bundeshaushalt ist für den Landesfinanzminister, der schauen muss, wie er seinen Haushalt zusammenbekommt, von elementarer Bedeutung und deswegen, glaube ich, müssen wir ehrlich sein, auch ohne Pandemie, ohne den schrecklichen Krieg in der Ukraine hätten wir genügend Aufgaben vor uns und da müssen Sie jetzt alle mal wirklich am Riemen reißen und zusammenreißen, auch wenn mal Landtagswahlen mal hinter uns gebracht worden sind, habe ich die Hoffnung, dass es wieder ein bisschen mehr Konzentration an der Stelle gibt. Das muss einfach besser werden, denn wir müssen einfach mal mit einer kritischen Analyse anfangen, denn wir müssen ja vor allem uns darum bemühen, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben uns daran gewöhnt, irgendwie gemischt Warenladen sein zu wollen, alles so ein bisschen zu machen. Ich glaube, in der globalisierten Welt, wo auch eine Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik, wo ein Exportland wie Baden-Württemberg enorm an dem hängt, was international so passiert, dass wir uns wirklich auf unsere Stärken konzentrieren und das heißt natürlich auch mal anderes loszulassen. Und ich glaube, auch gerade wir Deutschen, wenn ich das so sagen darf, manchmal tun wir uns ein bisschen schwer mit dem Loslassen, aber ich glaube, das gehört zu einer ehrlichen Standortbeschreibung mit dazu. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Anfangen möchte ich mit der Innovationskraft unserer Unternehmen. Wir sind da stolz drauf und wenn ich sage stolz, ich glaube, da nimmt sich auch Bayern und Baden-Württemberg nicht so viel, aber ich glaube, das gilt insgesamt für die Bundesrepublik, dass unsere Produkte, unsere Innovationen in der ganzen Welt sehr beliebt sind. Wir haben knapp 800 Weltmarktführer, also Unternehmen, die irgendetwas irgendwie richtig gut können weltweit in Baden-Württemberg bei uns im Land und die Basis dafür, weil wir einfach ein rohstoffarmes Land an der Stelle sind, sind vor allem die Fachkräfte, vor allem die Menschen in diesen Unternehmen, in den Betrieben arbeiten, egal ob Ingenieure oder Techniker oder Handwerkerinnen, Handwerker, das duale Ausbildungsmodell ist, glaube ich, auch nach wie vor der Goldstandard in diesem Bereich. Ohne all diese wäre das, glaube ich, nicht möglich und ohne Forschung und Entwicklung würde auch jedes dieser Produkte vom Markt verschwinden. Wir sind nicht so gut, was disruptive Technologien angeht, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, aber und auch das ist etwas, ich sage jetzt mal, der Bosch, der jedes Jahr Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Patente anmeldet, um das, was er letztes Jahr gemacht hat, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen effizienter, noch ein bisschen innovativer zu machen und das auch stellvertretend für viele Mittelständler. Ich glaube, das ist das, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen sollen und wenn ich da kurz eine Anekdote einschieben darf, ich war im letzten Jahr mit meinem Ministerpräsidenten auf einer Delegationsreise und wir waren auch im Silicon Valley und das ist natürlich atemberaubend und inspirierend, hat aber natürlich auch krasse Exzesse, wenn man irgendwie nach Mountain View, also wo Google sitzt und sieht, dass da eine Bruchbude, wenn ich das mal flapsig sagen darf, zweieinhalb Zimmerwohnung, amerikanischer Standard, das ist kein Lob an der Stelle, irgendwie viereinhalb Tausend Dollar Miete kostet, aber viel beeindruckender, weil es glaube ich mehr zum Modell der sozialen Marktwirtschaft passt, fand ich das, was ich, und ich kenne die USA ganz gut, ich habe zwei Jahre selbst dort gelebt, hatte ich aber trotzdem null auf dem Schirm, war Pittsburgh, Pittsburgh in Pennsylvania, eine Stadt, die im letzten Jahrhundert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgreich war, Stahl, Kohle, die ersten Milliardäre, damals schon hatte, muss man mal inflationär zurückrechnen, also richtig viel Holz, Holz, ja, Öl und Gas und Kohle sind eigentlich die richtigen Rohstoffe in der Stelle und extrem florierend, extrem prosperierend und dann kam der harte Strukturwandel 70er, 80er Jahre mit all den sozialen Verwerfungen, die man vor Ort so kennt und mittlerweile haben sie ein wirklich tiptop neues Ökosystem für Robotik, für künstliche Intelligenz, für Medizintechnik aufgebaut, vor allem, weil sie aus dem Universitätsstandort, ja, es sind zwei große Universitäten, University of Pittsburgh und die Carnegie Mellon, zwei hervorragende amerikanische Universitäten, das Thema Ausgründung, Kommerzialisierung, Anwendung sehr stark forciert haben und dann kamen die ganzen Unternehmen, übrigens nicht nur die üblichen Google, Facebook, Amazon und sowas, die Geschichte kennen wir alle, sondern gerade auch Industriebetriebe übrigens auch aus Europa, auch aus Baden-Württemberg, die sie schon in den 90ern da niedergelassen haben, weil sie gesagt haben, hier gibt es große Freiheitsgrade. Unheimlich spannende Geschichte, ich glaube, sie passt eher zu der Herausforderung, die wir haben, nur eine Frage, die wir selbst beantworten können, wollen wir sozusagen durch das tiefe Tal der Tränen mit all den Schmerzen, die an so einem Strukturwandel hängt oder nutzen wir die Position der Stärke, in der wir uns gerade zum Glück noch befinden, um diese Transformation aktiv zu bewerkstelligen? Ich kann die Frage noch nicht beantworten, weil das haben wir in der Hand, aber das ist so das Szenario, was man sich, glaube ich, immer vor Augen halten müssen und deswegen ist es auch uns in der Landespolitik, wo ja vor allem der Kultus, Forschungs, Innovations, Universitätsbereich dranhängt, verdammt wichtig, unsere Schulen, Hochschulen, Fachhochschulen, alles was zur Bildungslandschaft gehört, gut auszustatten, um ihm eine Größenordnung zu geben. Der Landeshaushalt von Baden-Württemberg beträgt 123 Milliarden Euro, jeder dritte Euro davon, jeder dritte Euro davon geht alleine in das Thema Bildung und ich glaube, das ist auch richtig so und sehen Sie mir das mal nach, meine Frau ist ja Münchnerin und wir schäkern immer dann mal irgendwie die Bayern Bar-Wür-Competition oder die Bayern der Land-Competition, wie es neudeutsch heißt und ich muss neidvoll zugeben, Bayern hat bei ganz vielen Dingen dann immer die Nase vorne, da ziehe ich dann irgendwie den Kürzeren, aber ein Indikator und den habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil wir da mal zufällig vorne liegen, sondern weil er immer noch für mich der wichtigste Proxy, ist kein Garant, aber der wichtigste Proxy ist für Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft, das ist die Aufwendung für Forschung und Entwicklung gemessen am BIP, wir sind mittlerweile bei 5,6 Prozent, was wirklich ein gigantischer Wert ist, Herr Fuß, ich weiß gar nicht, Bundesdurchschnitt, glaube ich, keine 3 Prozent irgendwie in der Größenordnung und ich glaube, Sie finden kaum eine Region weltweit, die wirklich in der Liga spielt, aber wir müssen uns ranhalten und ich weiß, Politiker, Fraktionen, Ressortkollegen zerren auch an einem, an einem Finanzminister, die wollen natürlich auch gestalten, aber der, sagen wir mal, ist Bereich, ist uns heilig, übrigens gilt das für vergangene Ministerpräsidenten wie den jetzigen, das war schon auch immer irgendwie Teil unserer DNA und das wollen wir auch in Zukunft genau so handhaben. Wir wollen es aber natürlich flankieren, übrigens ganz aktuelles Beispiel, in diesem Wachstumschancengesetz, was ich erwähnt habe, soll die steuerlichen Bedingungen für Forschung und Entwicklung noch weiter gestärkt werden, ist ein zartes Pflänzchen, sollen wir jetzt ausbauen, ist, glaube ich, richtig. Also wir unterstützen auch diesen Vorschlag und ich habe ja das Thema Gründerkultur eben mal angesprochen, auch dafür wollen wir die Rahmenbedingungen übrigens nicht nur bei unseren Universitäten, die neben Forschung, Lehre auch stärker das Thema Gründung, Ausgründung, Kommerzialisierung von Ideen angehen sollen, sondern auch das Thema Venture Capital, Risikokapital, Börsengänge, Kapitalmarktkultur voranzubringen. Sie alle kennen die Beispiele von der MP3-Technologie, die beim Fraunhofer, ich glaube, in Erlangen mal in den 90er Jahren erfunden wurde, Herr Gössel nickt, das Geschäft haben andere gemacht, die Spotifys dieser Welt. Also im Erfinden sind wir unheimlich gut, im Kommerzialisieren, in der Anwendung, glaube ich, Luft nach oben und das muss, glaube ich, noch stärker wirklich in unser Fleisch und Blut an der Stelle übergehen. Es gibt viel Gerede von der Desindustrialisierung und vom Strukturwandel und ja, die Auftragseingänge bei der Industrie sind zuletzt eingebrochen. Übrigens, die größte Herausforderung werden wir im nächsten Jahr irgendwann, manche sagen zwölf Monate, andere sagen, es kann schon früher sein, vor allem in der Bauwirtschaft sehen, die wirklich auf die Abrisskante hinarbeitet, aber das nur am Rande. Aber ich wollte auf etwas ganz anderes zu sprechen kommen, nämlich diesen Wandel, den wird es natürlich immer geben und eine freie Marktwirtschaft ist eben nie ein festes Konstrukt, sondern kluge Köpfe, die auch mal in einer Branche arbeitet, die vielleicht besonders Schwierigkeiten hat oder die nicht mehr so wettbewerbsfähig ist, weil wir in der Globalisierung andere Regionen dieser Welt haben, die das vielleicht besser, billiger, schneller können. Die können ja auch an anderer Stelle helfen, eine Erfolgsgeschichte zu starten. Natürlich geht es da um Existenzen, da geht es um Biografien, da kann man nicht locker mal drüber hinweg gehen. Da haben zum Beispiel auch meine Partei, glaube ich, eine Lernkurve hingelegt, was zum Beispiel der Kohleausstieg für manche Region dieses Landes bedeutet, wenn man da hingeht und sagt, na jetzt baut halt Windräder, wenn Menschen 40, 50, 60 Jahre über mehrere Generationen in dem Bereich tätig waren und vielleicht auch noch die Vorfahren, dann geht es an die Identität, an die Biografie, deswegen auch immer aktiv Weiterentwicklungsmöglichkeiten mitzugestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle und ich glaube, in München braucht man nichts zu erklären, das ist mir an der Stelle fast sogar ein bisschen peinlich, weil da gucken wir wirklich ein bisschen neidvoll, Herr Gößel, das muss ich in aller Offenheit sagen, auf dieses Hammer-Ökosystem, was Sie in München hier haben. Wir haben in Baden-Württemberg einen bisschen anderen Ansatz. Wir sind eher dezentral unterwegs, es ist ja schon so, dass dieses Ökosystem hier in München auch dieses Land mitzieht, natürlich auch für massive internationale Sichtbarkeit dann dafür sorgt. Bei uns ist es so, wir haben einen Cluster-Ansatz, dass wir schauen, wie wir zum Beispiel das Thema Biotech, Medizintechnik in meiner Heimatregion, das ist Heidelberg-Mannheim, unterstützen können, Robotik um das KIT in Karlsruhe. Wir haben das Thema Künstliche Intelligenz im Cyber-Valley in Tübingen. Jüngst übrigens, ich weiß, da schmunzeln immer einige, wenn Sie die Stadt Heilbronn hören, aber in Heilbronn, wo die Schwarzstiftung, also eine der größten Stiftungen bei uns im Land, die Stiftung hinter Lidl, Kaufland und anderen Unternehmen, ist, wo ein Mäzen sehr viel Geld in das System pumpt und wir auch landesseitig das unterstützen, wo wir wirklich den Anspruch haben, eine Spitzenregion für künstliche Intelligenz zu haben, wo wir genau versuchen, diese Wege zu gehen und deswegen auch versuchen, dass Veränderung eben auch immer automatisch nicht nur Verlust und Abschwung bedeutet, sondern eben auch darauf vertrauen, in Marktkräfte, dass etwas Neues an der Stelle entsteht. Und ich glaube, wenn wir uns da alle anstrengen, dann können eben diese Veränderung auch das Wohlstands-, Aufstiegs- und Erneuerungsversprechen der alten Bundesrepublik an der Stelle erneuern. Ich habe noch mal zwei Beispiele mitgebracht, weil da noch mal ganz klar wird, dass dann auch immer gleich das Herz des Finanzministers oder der Finanzministerin, egal welche politische Ebene, gleich immer ein bisschen höher hüpft, weil diese Innovationen sind ja kein Selbstzweck, sondern sie sind Mittel zum Zweck für eine Gesellschaft. Haben wir gesehen in der Pandemie, wenn BioNTech einen Impfstoff produziert, der uns dann irgendwie auch den Weg aus der Krise, aus der Pandemie bahnt. Am Ende haben wir aber auch finanzpolitisch was davon, denn das geschätzte Nachbarland in die andere Richtung, Rheinland-Pfalz, ist auf einmal vom Nehmer zum Geberland im Länderfinanzausgleich geworden, die Stadt Mainz hochverschuldet, auf einmal die Schulden losgeworden und ein noch krasseres Beispiel, wirklich aus der jüngsten Vergangenheit, vorletzte Woche, in Dänemark gibt es das Pharmaunternehmen Norvo Nordisk, hat ein Diabetesmittel, auf das die Amis total abfliegen, hergestellt, die Spritze, die man sich irgendwie ins Bein haut, um ein paar Kilos loszuwerden und alleine diese Innovation, nicht das Unternehmen, alleine dieses Produkt hat dafür gesorgt, dass die dänische Wirtschaft, die sonst in die Rezession gegangen wäre, ungefähr ein halbes Prozent geschrumpft wäre, anderthalb Prozent gewachsen ist. Jetzt ist Dänemark im globalen Maßstab eher kleines Land und ein Megapatent, eine Megainnovation, katapultiert dich natürlich da irgendwie raus, aber es zeigt noch mal ganz klar, dass Innovationen eben am Ende auch eine finanzpolitische Komponente haben. Dieses Unternehmen übrigens, auch die Dänen gucken ja durchaus zurück auf eine erfolgreiche Unternehmergeschichte, das ist ja nicht nur eine Geschichte, die wir in Deutschland haben mit unserem Mittelstand, sondern 100 Jahre alt ist dieses Unternehmen, mittlerweile das Unternehmen mit der höchsten Börsenbewertung und ohne Forschung und Entwicklung, übrigens angefangen in der Grundlagenforschung, die auch der Staat finanziert, wäre so etwas an der Stelle überhaupt nicht denkbar und deswegen haben wir auch in Baden-Württemberg vor einigen Jahren schon übrigens vor der Pandemie, aber durch die Pandegamie dann noch mal motiviert, auch den Weg eingeschlagen zu sagen, ja, wir wollen Automobilstandort bleiben. Wir haben vor 140 Jahren das Automobil erfunden, jetzt wird immer drüber gestritten, war es der Benz oder der Herr Daimler, ist egal, sind beide im Ländler, deswegen kann ich mit beiden gut leben. Die Frage ist, erfinden wir es wieder neu? Wir haben ja über die IAA ein bisschen, habe ich anfangs schon ein paar meine Gedanken geteilt, aber wir wollen auch ganz bewusst, Stichwort De-Risking, uns breiter aufstellen und haben einen strategischen Dialog für die Gesundheitswirtschaft an den Start gebracht, um Konzerne, um Medizintechnik, Mittelstand, um auch Start-ups wirklich in dem Bereich groß zu ziehen, weil wir da uns einfach Erfolg versprechen, um in Zukunft auch wirtschaftspolitisch erfolgreich zu sein. Ich will zu einem zweiten Punkt kommen und er hängt eng mit dem ersten zusammen, das ist nämlich unsere Handelspolitik, so Unternehmen wie Biontech, wie Novo Nordisk sind ohne freien Handel gar nicht denkbar und es gibt kaum ein westliches Land, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, kaum ein westliches Land, das mehr von der Globalisierung profitiert hat in den letzten Jahren als die Bundesrepublik und auch kein anderes Land profitiert mehr von auch offenen Grenzen in der Europäischen Union. Das ist in diesen Tagen, wo wir auch sehr polarisierend über das Thema Migration sprechen und natürlich schreiben mir auch Bürgermeister, welchen Druck der vor Ort gibt, da gibt es auch nichts wegzudiskutieren. Man muss ja aber das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern auch offene Grenzen, auch Migration, gerade was Fachkräfte angeht. Übrigens auch, wenn wir in die Geschichte schauen und ich habe ja selbst einen sogenannten Migrationshintergrund ohne die Gastarbeitergeneration, die in den 60er Jahren zu uns gekommen sind, wäre das Wirtschaftswunder, so wie wir es erlebt haben, von dem übrigens vor allem auch Süddeutschland profitiert hat, in der Form gar nicht möglich gewesen. Und wir haben jetzt zuletzt gesehen, durch die Pandemie, durch die Lieferkettenprobleme, natürlich auch durch die Sanktionen gegen Russland, dass das ein Rückschritt war für die Globalisierung, für Lieferketten, für freie Märkte. Und der Staat hat das versucht, teilweise zu kompensieren. Ich glaube, das war auch richtig. Ob da jedes Instrument so gebraucht hätte, kann man mal ein Fragezeichen dran machen. Aber klar ist, das können wir nicht dauerhaft kompensieren und können auch nicht in eine Subventionswirtschaft reinwachsen, um ein altes Geschäftsmodell, was ja offenbar nicht mehr funktioniert, zu konservieren. Sondern wir müssen gucken, wie wir neben der Schadensbegrenzung eben auch schauen, wie wir den Handel intensivieren. Das war ja schon unter der Trump-Präsidentschaft mit klaren Ansagen auch Richtung China verbunden. Und wer weiß, wie der Konflikt um China und Taiwan, ich halte den für sehr real, da dürfen wir nicht naiv sein, ich halte den für sehr real, wie wir damit umgehen. Und wir sehen das ja auch schon wieder, dass so eine Art Blockbildung, ich will jetzt keinen Eins-zu-eins-Vergleich machen, aber so eine Art Blockbildung mit den BRICS, also die Emerging Markets, die sich damals zusammengetan haben, die sich jetzt erweitern wollen, um zum Beispiel ihre Abhängigkeit vom Dollar zu lösen. Ich finde, das muss man sehr ernst nehmen. Und die Bundesrepublik vorneweg, auch das Land Baden-Württemberg, sogar in exponiertem Maße, ist natürlich an vielen Stellen von Rohstoffen, von kritischen Rohstoffen, von Vorprodukten aus der Volksrepublik China abhängig. Das Gleiche gilt auch für den Export in das Land. Und wenn wir mehr globale Konflikte beobachten, dann geht es an uns nicht spurlos vorbei. Kann man also ein bisschen auch mal polemisch sagen, dagegen war wirklich die Russlands-Sanktionen nicht, sondern das würde uns im Kern treffen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht richtig zu sagen, Augen zu und durch, sondern ich glaube, man muss dieses Thema aufgreifen, aktiv gegensteuern und deswegen auch das Thema De-Risking, was ja in der neuen Strategie der Bundesregierung auch so drinsteht mit Blick auf China, auch wirklich ernst nehmen und mit Leben erfüllen. Und deswegen kann das letzte Freihandelsabkommen mit CETA, das kann jetzt nicht das letzte gewesen sein. Ich sage das auch mal gerne meiner Partei. Ich glaube, auch meine Partei hat bei dem Thema angesichts der Entwicklung in den letzten Jahren dazugelernt und eine differenzierte Haltung zu dem Thema entwickelt. Aber ich glaube, es braucht wirklich eine neue Freihandelsoffensive in Europa und die Bundesregierung darf dann nicht zum Bremser werden, sie muss wirklich zum Drängler werden. Und wenn wir es nicht mit den Mercosur-Staaten schaffen, eine Einigung zu erzielen, ja, dann werden doch genau China und solche Länder in diese Lücke stoßen, die eine andere Politik verfolgen. Und ich glaube, der Regenwald, dem ist am Ende des Tages, wenn ich das so mal zugespitzt sagen darf, dem ist damit sicher nicht geholfen, um mit Staaten wie Neuseeland, wie Australien, wie anderen Demokratien, also wenn wir es mit denen nicht hinbekommen, dann haben wir, glaube ich, an der Stelle den Ernst der Lage nicht erkannt. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auf das Thema Export verlassen. Und ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, es war schon so, Reden über Bürokratie gibt es ja, seitdem es Bürokratie irgendwie gibt. Und der Riesen-Bürokratiestau, den wir da haben, den gibt es ja jetzt nicht als seit gestern oder vorgestern, aber in den letzten Jahren war es so, und wenn man sich mal psychologisch hineinversetzt, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, denn Bürokratie ist ja jetzt nicht etwas, wo man einmal den Knoten durchstößt, sondern das ist was, wie mein Ministerpräsident immer sagt, das ist ein Bromberg-Strüpp, durch das man sich wirklich jeden Tag durchkämpfen muss in Hardcore-Kernerarbeit, aber bevor man sowas Anstrengendes macht, hat man halt in den letzten Jahren ein paar Autos mehr verkauft, einfach weil der im Weltmarkt so lief. Und das ist natürlich auch etwas, wenn man sich an diese globale Dividende irgendwie gewöhnt, macht es auch ein bisschen bequem, die eigenen Hausaufgaben vor Ort zu machen. Und jetzt auf einmal lohnt es sich, weil es im Internationalen nicht mehr so läuft, wie es in der Vergangenheit der Fall ist, weil sich geopolitisch einiges ändert und auf einmal haben wir diesen großen Stau vor der Brust. Der Economist hat ja jetzt diese Frage gestellt, ist Deutschland der kranke Mann Europas? Übrigens, er hat es nicht behauptet, er hat die Frage gestellt, wenn man den Artikel dann liest, hilft ihm übrigens nicht nur Überschriften zu lesen, sondern die Artikel lohnen sich wirklich nicht nur in der Süddeutschen, dann wird das Bild ein bisschen relativiert und sagt, es ist eine ganz andere Situation, als es damals der Fall gewesen ist. Und deswegen sind wir nicht der krankste Mann in Europa, aber ich glaube, wir sind schon der bequemste Mann, die bequemste Frau, um jetzt mal gendergerecht an der Stelle zu sprechen. Und zwar nicht im Sinne von faul, also faul sind wir wirklich nicht im europäischen Vergleich, sondern bequem im Sinne vollen, man hat es sich in seinen Routinen, Business as usual, in seinem Geschäftsmodell bequem gemacht. Es gibt ja da, ich glaube, von Constanze Stelzenmüller die sehr zugespitzte Formulierung, Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland, Sicherheit an die USA outgesourced, billiges Gas aus Russland und Wohlstand, Wachstum abhängig immer stärker von der Volksrepublik China. Ich glaube, es ist ein bisschen differenzierter, aber auf einer Metaebene kann man schon sagen, da ist was dran. Und dieses Geschäftsmodell, das hat vorher gebröckelt und spätestens seit dem Angriffskrieg wissen wir, so ist es an der Stelle eben nicht mehr zukunftsfähig. Und wenn man daran festhält, dann ist man eben bequem, nicht krank, aber man ist an der Stelle bequem. Und ich glaube, genau diese Haltung ist gefährlich, sie ist naiv für den Standort. Und es gibt nun mal kein Naturgesetz, dass ein Industrieland wie Deutschland, auch ein Industrieland wie Baden-Württemberg und das gilt natürlich auch für Bayern, dass die auch einfach in 10, 20, 30 Jahren wirtschaftlich erfolgreich sind. Sondern wir sehen gerade, der globale Wohlstand wird gerade neu vermessen und die Karten werden neu verteilt. Und da ist es natürlich die Frage, wie gehen wir mit unserer Situation um? Und deswegen komme ich jetzt von den Stärken zu den offensichtlichen Schwächen, an die wir dringend ran müssen und wo wir uns wirklich aus unserer Comfortzone, in der wir uns in den letzten Jahren bewegt haben, raus müssen. Und übrigens, damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich bin auch nicht bekannt für parteipolitische Spielchen, ich zeige da auf niemandem, sondern ich rede immer von uns kollektiv als Gesellschaft, von uns als Demokratie. Es hat jeder regiert, auf Landes-, auf Bundesebene und das muss sich jeder anhören, auch immer selbstkritisch. Deswegen will ich uns parteipolitische Spirenzien an der Stelle ersparen, sondern eher versuchen, wirklich auf die Themen einzugehen. Und ich komme nochmal zu dem Thema Bürokratieabbau. Ich erspare Ihnen Sonntagsreden, die kennen wir alle. Die sind auch spannend, die sind auch inspirierend, die lösen nur das Thema an der Stelle nicht. Und erst einmal ist es gut, dass der Bundeskanzler in seiner Rede, letzte Woche war das, glaube ich, im Bundestag, das Thema erst einmal sehr pointiert und sehr prominent gesetzt hat. Der läuft bei uns in den Ländern, mein Ministerpräsident hat das auch genauso kommentiert, offene Türen ein. Wir haben, weil wir übrigens das gleiche Problem haben bei uns im Ländle, auch wenn wir nur ungefähr für fünf bis sechs Prozent der Regeln verantwortlich sind, denen wir gehorchen müssen. Der Großteil kommt von der Europäischen Union, wir haben sehr viel kommunale Verordnung, einiges kommt vom Bund, aber man fängt immer am besten vor der eigenen Haustür an. Haben wir auch eine Entlastungsallianz zusammen mit Wirtschaftsunternehmen und vor allem mit den Kommunen, die bei uns zu Recht vorstellig werden und sagen, so können wir nicht mehr weitermachen. Das Thema ernst genommen. Wir haben vor allem auch mal angefangen zu priorisieren, weil wenn man sich um alles kümmert, dann kriegt man am Ende gar nichts hin. Und auch wir müssen schauen, auch als grün geführtes Land jetzt seit zwölf Jahren, dass wir beim Windkraftausbau vorankommen. Und ich setze selbst im Aufsichtsrat unseres großen Energieversorgers und der alte CEO, der letztes Jahr ausgeschieden ist, hat mir mal so sein Smartphone gezeigt, hat gesagt, Herr Beiers, jetzt muss ich ihm was zeigen. Und hat dann ein Foto gezeigt mit einem Transporter, einem VW-Transporter, war das, glaube ich, voll mit Leitsordnern. Er hat gesagt, mit dem sind wir letzte Woche beim Landratsamt vorgefahren für die Genehmigung von, ich glaube, zwei oder drei Windrädern, weil in doppelter Ausfertigung alles gedruckt und wirklich ein VW-Transporter voll mit Leitsordnern. Und das ist ja irgendwie klar, so können wir an der Stelle nicht weitermachen. Wir haben eine Taskforce ins Leben gerufen. Wir wollten die Planung und die Genehmigungsverfahren so beschleunigen, dass wir die Zeit halbieren. Das ist immer noch irgendwie zu lang, aber mal halbieren, das ist schon ambitioniert. Und ich glaube, so müssen wir durch jedes Thema, was wir vorhaben, wirklich dezidiert durchgehen. Es bleibt nichts anderes übrig. Da hilft uns keine Ruckrede im Bundestag. Da hilft auch kein Doppelwumms. Da hilft auch kein Sondervermögen. Wir glauben ja immer, dass wir alles mit Geld lösen können. Ja, Geld macht manchmal Dinge erträglicher, aber ich kann Ihnen garantieren, Geld schafft er, weil Geld schafft dann im Zweifel neue Stellen, neue Stellen schaffen, neue Bürokratie. So sieht der Teufelskreis am Ende aus. Und deswegen, glaube ich, hilft uns Geld an der Stelle weniger, sondern wir brauchen dazu auch einen Kulturwandel, weniger Absicherung. Das ist natürlich klar, wenn wir Beamten auch darauf auslegen, ihren Job zu machen, es sehr präzise, sehr akkurat und eben nicht fünf gerade sein zu lassen, gerade die Steuerverwaltung. Dann müssen wir auch politisch das vorleben, Stichwort positive Fehlerkultur. Und wenn es mal daneben geht, dann auch sagen, ja, das müssen wir als Gesellschaft übrigens auch in Kauf nehmen. Auch ein Bürger muss dann sagen, okay, ich habe nicht die hundertprozentige rechtliche Sicherheit an dieser oder jener Stelle. Das ist dann die Konsequenz dafür. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Und natürlich kann auch Technologie helfen, künstliche Intelligenz, das ist schon die Zukunftsmusik. Es wäre erst einmal die Basics der Digitalisierung, wären schon ein guter erster Schritt. Und vor allem auch das Nutzen von Daten, weil ich auch den Herrn Peichl hier sehe, der das Thema viel besser kann und bearbeitet auch als ich. Ich würde es mal so pathetisch aufladen. Wir sind ja auch im politischen Raum, manchmal im wirtschaftspolitischen Blindflug. Und weil uns nichts Besseres einfällt, gibt es halt eine Mehrwertsteuersenkung oder einen Tankrabatt, damit wir sagen, wir machen ja irgendwas, weil wir auch manchmal nicht die richtige Datengrundlage haben, um kluge Entscheidungen zu treffen. Wobei, bei dem Beispiel, die ich gerade gesagt habe, da hätte man auch vorher klüger sein können. Aber sei es drum, da wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Sondern ich würde es mal nur mal auch pathetischer sagen wollen, der Staat sitzt massiv auf öffentlichen Daten. Wir nutzen sie nur nicht für unsere Prozesse oder für auch politische Entscheidungen. und am Ende versündigt sich man ja auch ein Stück weit an der Demokratie, weil wir lassen dort ja Potenzial liegen. Und wenn die öffentliche Verwaltung so nicht mehr funktioniert, weil sie keine guten, evidenzbasierten Entscheidungen fällt, ich glaube, das ist ein Problem. Und deswegen wirklich das Datenthema, gerade in der öffentlichen Verwaltung, ist enorm wichtig. Wir haben angefangen als Land jetzt auch mit einem KI-Startup, haben Sie vielleicht auch gelesen, Alef Alpha aus Heidelberg, ein sehr renommiertes KI-Startup, bei dem einige sagen, das ist die Antwort auf ChatGBT. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Technologie-Nerd, aber ich lese das immer mit großem Wohlwollen. Auch eine Kooperation geschlossen, dass die uns auch in der öffentlichen Verwaltung helfen, von uns aus innen heraus zu innovieren. Denn auch wir brauchen genau diese innovativen Impulse. Und ein zweiter Punkt beim Thema Bürokratie, es geht um Schnelligkeit. Wir hatten ja letztes Jahr, oder der Bundeskanzler, das Thema Schnelligkeit an dem Beispiel der LNG-Terminals ausgerufen. Deutschland-Tempo war irgendwie der neue Satz. Jetzt ist es auch wichtig, dass man das Tempo nicht nachlässt, sondern wirklich in jeder Ecke unserer Verwaltung dieses Tempo auch bringt. Und ich glaube auch, da ist es gut, um zur Finanzpolitik zurückzukommen, da ist das Geld gut aufgehoben. Bevor wir also die nächste Gießkanne uns überlegen, lieber in Instrumente, in Fähigkeiten der öffentlichen Verwaltung, Sie kennen die Diskussion zum Beispiel am Klimageld, was wir bis heute nicht auszahlen können, weil es den Mechanismus nicht gibt. Sie wissen vielleicht, wie sehr sich der Staat blamiert hat, als wir den Studierenden 200 Euro überweisen wollten. Und man musste erst einmal das Instrument bauen. Und am Ende, ich weiß nicht, was Ihre Studis sagen, Herr Fust, aber ich hatte den Eindruck, das war ein versteckter Intelligenztest, um an diese 200 Euro zu kommen. Da muss der Staat einfach funktionieren. Und da sollten wir auch das Geld in die Hand nehmen, um genau da zu investieren. Ich will natürlich zu einem dritten Thema kommen, an dem man an der Stelle gar nicht vorbeikommt. Das ist das Thema Energie und Energiepreise. Denn wir werden uns darauf einstellen müssen, auch langfristig höhere Energiepreise zu zahlen, als es zum Beispiel Wettbewerber aus den USA oder aus Asien auch teilen. Das liegt zum einen daran, dass einige von denen einfach früher ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das liegt zum anderen auch einfach an der Geografie. Wenn da mehr Sonne ist, wenn da mehr Wind ist, dann kann man dagegen nichts ändern. Damit muss man sich auseinandersetzen. Auch das verändert natürlich die Landkarte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja eben von Dänemark gesprochen. Mittlerweile das Land eines unserer größten Stromlieferanten. Die Erneuerbaren aus Dänemark, Schweden und Norwegen sind günstiger als zum Beispiel bei uns fossiler Kohlestrom. Und deswegen wird besonders der im Sommer ja nicht gebraucht. Und der europäische CO2-Preis ist dabei genau ein Faktor. Er macht fossile Energie an der Stelle teurer. Und es zeigt erst einmal, das beunruhigt mich erst einmal nicht, es zeigt erst einmal, dass der Markt an der Stelle funktioniert, gerade auch grenzüberschreitend. Und im Winter ist es so, dass unser Nachbar Frankreich trotzdem übrigens auch Hauptabnehmer des erzeugten Stroms in der Bundesrepublik ist. Ich will jetzt gar nicht länger auf die AKW-Debatte eingehen. Können wir gerne auch in der Diskussion führen. Ich weiß auch, Herr Fuß bringt sich da auch immer veritabel in Diskussionen ein. Die ist auch legitim. Ich glaube nur nicht, ich glaube ehrlicherweise, jetzt sage ich es doch, einfach damit ich es kurz mal angesprochen habe. Ich glaube einfach, und ich gucke da wirklich nicht ideologisch drauf. Ich glaube, dass dieser Zug abgefahren ist. Das hätte man vor zehn Jahren anders entscheiden können. So etwas müsste eine neue Regierung angehen. Das heißt 26 plus in der neuen Legislatur. Bis die Dinger gebaut sind, sind wir irgendwie in den 30ern. Sie müssen einfach mit Widerstand rechnen. Und auch die Politiker, die jetzt heute im Wahlkampf unterwegs sind, sagen, können wir doch machen. Da will ich mal sehen, Endlagerfrage. Und wo sollen die AKWs gebaut werden? Wie sie die Fragen beantworten? Und Christa Lindner übrigens hat das als überzeugter Marktwirtschaftler auch sehr schön gesagt, eine Energiequelle, die so nicht versicherbar ist. Man kann da als Ökonom, auch als Energieexperte, ich diskutiere das auch mit der Veronika Grimm immer sehr intensiv schauen, es lohnt sich aber auch aus der Sicht der politischen Ökonomie, vereinfacht gesagt, lohnt sich das? Lohnt sich dieser Streit, diese Diskussion? Ich glaube, am Ende wird die zu nichts führen, außer dass wir uns mal wieder in Diskussionen verheddern. Deswegen würde ich sagen, die jetzige Strategie unterstützen. Heute ist der Bundeswirtschaftsminister beim Spatenstich für die Stromtrasse Südlink an der Elbe. Der war vor ein paar Wochen bei uns auch in Baden-Württemberg. Eigentlich hätte diese Trasse schon lange fertig sein sollen, so wie ein Bahnhof in Stuttgart oder ein Flughafen in Berlin, der lange auf sich gewartet hat. Ich sage das jetzt gar nicht mit Polemik, sondern ich meine das so, das hat natürlich auch was mit Widerstand vor Ort zu tun. Das habe ich mir auch mal sagen lassen. Herr Gössel, ich weiß es nicht genau, aber auch in der bayerischen Landesregierung soll es die eine oder andere Diskussion darüber gegeben haben, über Monstertrassen. Ich mische mich in bayerische Politik an der Stelle nicht ein. Aber ich glaube, da muss auch jeder mal, Stichwort Selbstkritik, ein bisschen mal zurückschauen und sagen, haben uns die paar Trassen, die paar Windräder, die dann irgendwie auch immer dazu gesorgt haben, dass Politiker schnell einknicken, anstatt Verantwortung und Führung zu übernommen, war das an der Stelle richtig. Aber das ist jetzt vergossene Milch, sondern die Situation ist, wie sie ist. Und der Beschluss ist jetzt eben auch gefasst, was unsere Energiepolitik angeht. Aber wir müssen jetzt eben auch die Deutschlandgeschwindigkeit auf andere Bereiche übertragen. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass der Staat nicht alles leisten kann. Ich habe selbst eine sehr schwierige Debatte auch in Baden-Württemberg gehabt, obwohl es gar nicht mal eine operative Zuständigkeit ist. Aber trotzdem funktioniert ja Politik so. Am Ende schaut man halt auf die Verantwortlichen in der Regierung. Ich hatte ja gesagt, ich bin im Aufsichtsrat unseres Energieversorgers. Wir sind an der ENBW, an einem der großen vier Player in Deutschland, beteiligt. Die haben ihren Übertragungsnetzbetreiber Transnet jetzt mit einer Minderheitsbeteiligung veräußert. Dann gab es sofort den Aufstrei, kritische Infrastruktur, der Staat versilbert seinen Tafelsilber und so weiter. Die Diskussion, die wir halt alle führen. Ich meine, das war eh klar, dass das nie irgendwie in die Hand der Chinesen oder der Saudis oder so kommt. Aber zu glauben, dass wir die gesamte Infrastruktur angesichts von Elektromobilität, Wasserstoff, Netzausbau nur mit staatlichen Mitteln hinbekommen. Das werden wir vorne und hinten nicht hinbekommen. Und deswegen die Frage, die auch für mich zentral ist, übrigens auch als Finanzminister, wie können wir privates Kapital mobilisieren, elementar ist, um da an der Stelle auch erfolgreich zu sein. Aber das ist eben nur ein kleiner Ausflug. Ich will auf eine ganz konkrete politische Frage zu sprechen kommen, und die gerade diskutiert wird, nämlich der sogenannte Industriestrompreis, der Brückenstrompreis. Die Ampel diskutiert den ja. Mein Ministerpräsident zusammen mit den anderen 15 MPs unterstützt den Vorschlag. Die waren letzte Woche in Brüssel vorstellig. Frau von der Leyen und die EU-Kommission zeigen sich da reserviert. Da gibt es, ich glaube, nicht ganz unberechtigte Fragen unter Beihilfe-Gesichtspunkten. Ich kenne die Argumente der Befürworter. Ich kenne auch die Argumente der Kritiker sehr gut. Und ich nehme beide Argumente beider Seiten an der Stelle sehr ernst. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist zu wichtig und auch zu komplex, um jetzt irgendwie schnell sich auf der einen oder anderen Seite zu positionieren. Und ich habe deswegen den Vorschlag gemacht, weil wir auch beim IFO-Institut sind, bei erfahrenen Politikberatern, eine Strompreiskommission ins Leben zu rufen. Nicht, weil die Politik faul ist und sagt, macht ihr mal, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründen einen Arbeitskreis, sollen doch andere mal machen. Sondern weil ich glaube, am Ende es immer dazu führt, dass es einen politischen Kuhhandel gibt. Der eine will das, also Stromsteuer senken. Der andere will das, Industriestrompreis. Und dann macht man alles so ein bisschen, und ich sage das jetzt mal ein bisschen mit Polemik, das sehen Sie mir nach, im letzten Jahr, als dann Koalitionsausschüsse bis morgens um halb fünf getagt haben, um dann so brillante Ideen wie einen Tankrabatt oder 300 Euro Energiepauschalen, die auch der Finanzminister oder der CEO von einem großen Unternehmen bekommen hat, wo man heute sagt, hätte man klüger machen können. Da weiß ich nicht, ob das sozusagen die richtige Plattform ist. Und deswegen haben wir gute Erfahrungen mit der Gaskommission im letzten Jahr gemacht. Und ich glaube, so etwas ins Leben zu rufen, um, und das ist, glaube ich, wichtig, die kurzfristige Sicht, wie können wir energieintensive Betriebe hier halten und hier Wertschöpfung ermöglichen, mit der mittelfristigen Sicht, und das ist die zentrale Frage, wie können wir das Energieangebot in diesem Land erhöhen, und zwar deutlich erhöhen, zusammenzubringen. Zu dem zweiten Teil, und das ist auch eine Message, die sich auch meine Partei sehr stark stellen muss, und Robert Habeck arbeitet daran mit seiner Kraftwerksstrategie, ist für Grün aber nicht immer ganz einfach, sich nicht zuzugestehen, aber es ist nun mal so, der Hochlauf der Erneuerbaren, den wir jetzt hoffentlich sehen werden, hat natürlich zur Kehrseite, dass wir mehr disponible Leistung, also Backup-Kapazitäten, wenn Sie so wollen, brauchen, weil Wind und Sonne nicht immer verfügbar ist, und das heißt eigentlich bis zum Jahr 2030, vereinfacht gesagt, 25 Gaskraftwerke, die wir in diesem Land bauen müssen. Und die sind ja eigentlich marktwirtschaftlich gar nicht betreibbar in der Form, weil sie eher Backup-Kapazitäten geben, und ich glaube, da zu überlegen, wie setzen wir steuerliche oder staatliche Förderanreize, um das zu bewerkstelligen, wie können wir es auch beschleunigen und wie können wir es auch finanzieren, Die Frage ist bislang null geklärt, im Bundeshaushalt klafft schon eine Riesenlücke, und diese Frage kommt mit dazu. Mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds gibt es an der Stelle zumindest Möglichkeiten. All diese Fragen, glaube ich, sind in so einer Kommission richtig aufgehoben, und deswegen müssen wir uns an der Stelle diese Fragen stellen. Und vielleicht ein, auch jetzt komme ich nochmal zu den unbequemen Nachrichten zurück, eine Frage müssen wir uns dann auch nochmal gefallen lassen, nämlich, selbst wenn wir das alles so hinbekommen, konjunktiv, anstrengend und ambitioniert genug, werden wir sehen, dass wir trotzdem in der Bundesrepublik Deutschland immer noch nicht so wettbewerbsfähig sind, was Energiepreise zumindest angeht, wie andere Regionen dieser Welt. Und das heißt, energieintensive Vorprodukte vielleicht gar nicht in dem Maßstab herstellen können. Und da geht es dann um Themen wie Stahl oder Aluminium oder Ammoniak, und ich glaube, man muss die Frage eher umdrehen, was vielleicht auch so eine Expertenkommission beantworten kann, nämlich, braucht es so etwas wie einen Grundsockel aus Gesichtspunkten der Souveränität, bei dem wir sagen, das ist wichtig, diesen Grad an Wertschöpfung bei uns zu haben, und den Rest überlässt man sozusagen freien Marktkräften, anstatt dass man sozusagen sagt, wir wollen unser Geschäftsmodell so, wie es ist, konservieren. Ich glaube, das ist eigentlich die richtige Logik, der man sich so einer Frage ernährt. Aber noch einmal, da komme ich zurück zu dem Beispiel der Kohle, da hängen Existenzen, Biografien, Identitäten dran, da gibt es auch Regionen, und da wird auch nicht jeder Minister, egal ob Wirtschafts-, Finanz- oder Ministerpräsident, immer Juhu schreiben, sondern das sind Fragen, da geht es ans Eingemachte. Aber ich glaube, den Mut muss man haben, diese Fragen zumindest an der Stelle auch zu stellen. Ich will zu guter Letzt auch noch mal wirklich zur klassischen Finanzpolitik kommen, und ein paar Sätze mit Ihnen dazu teilen. Denn wir haben jetzt gesehen, dass wir aus einer mega expansiven Phase kamen, wo der Staat Geld für alles und jeden hatte. Und das war erst einmal nicht falsch, weil wir waren in einer veritablen Krise, erst in der Pandemie und jetzt letztes Jahr in diesem Angriffskrieg und der Energiekrise. Und wir sehen jetzt gerade auch beim Bundeshaushalt, wie der Hebel, und ich sage das jetzt mal sehr direkt, auch brutal wieder umgedreht wird. 180-Grad-Wende hat zur Folge, Christian Lindner, und ich kann das gleiche Lied singen, wir machen es halt nur nicht so öffentlich in der Landespolitik, hat 70 Milliarden Wünsche seiner Ressortkollegen gesammelt, aber man musste 20 Milliarden sparen. Übrigens, das ist kein Sparhaushalt, da hat der Christian Lindner recht, sondern wir kommen ja aus einer sehr expansiven Phase. Der Haushalt ist immer noch, die Ausgaben immer noch größer als im Jahr 2019, im letzten normalen Jahr. Aber die Kritik muss sich der Bund dann schon gefallen lassen. Man ist halt mit der Rasenmäher-Methode vorgegangen, anstatt Prioritäten zu setzen und sagen, das wollen wir richtig, das wollen wir auch, aber das und das dafür nicht, hat man halt gesagt, überall ein bisschen. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung, beim Thema Quantentechnologie, beim Thema künstliche Intelligenz, und wahrscheinlich könnten Sie hier im Raum auch noch jeder seine fünf Lieblingsthemen irgendwie nennen. Und dann ist erst mal der Aufschrei groß. Haben Sie auch beim Elterngeld ja irgendwie gemerkt. Das ist sozusagen die Schwierigkeit, wenn man keine Strategie in so einem Haushalt hat. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir eigentlich in Zukunft an der Stelle stärker brauchen, der wir uns stellen müssen. Und natürlich müssen wir auch schauen, wie wir die Quadratur des Kreises hinbekommen. Die drei Themen heißen nämlich Entlastung, auch angesichts von Inflation, investieren und auch konsolidieren. Und die drei Dinge zusammen zu bekommen, das ist die große Kunst der Haushaltspolitik. Da wird auch hart verhandelt, klar. Aber ich glaube, am Ende braucht man auch eine klare Strategie. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns, glaube ich, diesen Fragen auch wirklich vehement stellen. Wir haben jetzt mal einen industriepolitischen oder einen wirtschaftspolitischen Impuls ja gesetzt, mit dem Vorschlag des Wachstumschancengesetz. Ich begrüße das auch. Das ist auch richtig an der Stelle. Wir werden aber im Bundesrat, auch mit den Länderkollegen, auch noch mal über die Finanzierung sprechen müssen, weil das bei uns auch in den Ländern richtig ins Kontor schlägt. Auch ein reiches Land wie Bayern, auch ein reiches Land wie Baden-Württemberg, machen sich mittlerweile Sorgen, wie sollen wir eigentlich diese ganzen Pakete auch finanzieren. Also die Diskussion führen wir. Und dazu kommen die ganzen anderen Konflikte. Wie geht es weiter mit dem 49-Euro-Ticket? Darf ich übrigens nicht mehr so nennen, habe ich mir sagen lassen, weil wir nicht wissen, ob wir den Preis halten können. Also dieses Deutschland-Ticket, wie geht es weiter mit dem? Wer zahlt die Rechnung? Bund-Länder-Finanzen sowieso immer angespannt. Flüchtlingsfinanzierung, extrem veritable Diskussion. Und ich glaube, wir führen die richtige Diskussion, auch unter Gesichtspunkten von Entlastungen. Und jetzt komme ich mit dem zweiten Lieblingsthema, auch von Herrn Fuß. Wir hatten auch schon das eine oder andere, die Twitter-Auseinandersetzung dazu. Ich glaube, dass Friedrich Merz, und das habe ich erst mal Respekt vor, dass ein Oppositionspolitiker, der das ja erst mal nicht machen muss, ein Oppositionspolitiker hat ja eigentlich den Luxus, allen alles zu versprechen und dann zu sagen, wie wir es finanzieren, gucken wir mal später, sondern auch gesagt hat, wenn wir eine Entlastung brauchen, gerade für die Mittelschicht, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir solche Signale auch senden, dass wir es ja irgendwie auch refinanzieren müssen, weil im Bundeshaushalt, noch einmal, klafft eine gewaltige Lücke. Und deswegen hat er ja die Anhebung des Spitzensteuersatzes ins Spiel gebracht. Ich habe es mal anders formuliert und da hat mich dann Herr Fust erwischt und mir ein bisschen auf die Finger gekloppt, indem ich einfach gesagt habe, dann lasst uns doch den verbliebenen Soli, der Topverdiener, in die Einkommenssteuer integrieren. Man könnte es auch anders machen, aber da nimmt uns ja auch keiner mehr ernst. Man könnte sagen, den Soli schaffen wir ab, aber wir erhöhen den Spitzensteuersatz. Das ist halt linke Tasche, rechte Tasche. Deswegen lieber so sagen, wie es ist. Und ja, die Politik steht ja eigentlich im Versprechen, dass dieser Soli, so war es historisch gedacht, ja irgendwann entfällt. Aber wir uns auch ehrlich machen müssen, dass wir in der Zeit, wo der Staat sehr viel Geld in die Hand genommen hat und wir auch gerade Menschen mit kleineren, mittleren Einkommen, die sich sehr bewusst Fragen machen, 6 Prozent Inflation, wie geht es eigentlich weiter, was bedeutet das für mich, steigende Mieten, all diese Themen, die uns umtreiben, dass wir das Thema ernst machen müssen. Und insofern, ich glaube, wir kriegen dieser Bundesregierung nichts hin. Ich war selbst bei Christian Lindner letzte Woche. Bei dem Thema ist er einfach knallhart. Muss man akzeptieren. Man braucht dafür Mehrheiten. Und deswegen noch einmal, dass Friedrich Merz zumindest mal ein Luftballon hat steigen lassen, heißt, einige denken ja zumindest in diese Richtung. Und ich finde, an der Stelle gibt es auch keine Denkverbote. Und deswegen will ich einfach mal zum Schluss nochmal diese Fragen auch stellen, warum wir nicht diesen steuerpolitischen Stillstand, den wir damit ja auch haben. Weil wenn die einen sagen so und die anderen sagen, geht gar nicht, dann geht halt gar nichts im Steuerbereich irgendwie voran. Warum trauen wir uns nicht an dieses Thema ran? Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir auch das Thema, als es aufkam, es ging ja mal kurz um das Ehegattensplitting, das war dann nach zwei Tagen wieder weg die Diskussion. Auch da gibt es ja vom IFO wirklich gute Vorschläge, wie man so ein Modell weiterentwickeln kann. Zusammen mit der Frage, wie können wir kleinere, mittlere Einkommen entlasten und gegenfinanzieren beim Spitzensteuersatz. Das übrigens auch in der Kombination mit der Anhebung des Pauschbetrages, bin ich immer ein Riesenfan von, der ist jetzt bei 1230 Euro. Wenn wir den auf 1500 Euro hochsetzen, heißt es, dass ungefähr, je nachdem, wie man rechnet, aber roundabout 80 Prozent der Leute überhaupt keine Rechnungen mehr im Schuhkarton sammeln müssen. Nicht der Leute, der Beschäftigten, der diejenigen eine Steuererklärung abgeben, weil sie irgendwie nicht mehr ihre Werbungskosten kompliziert und kleinteilig aufheben müssen. Also das wäre eine einfache bürokratische Maßnahme, die übrigens auch die Steuerverwaltung entlasten würde, die auch bis oben hin voll sind. Und an so ein Thema sollten wir uns eigentlich dran trauen. Genauso wenig kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Wir reden ja irgendwie über Subventionen, wie wir mal alte Subventionen überkommen und hinter uns lassen, ist eigentlich im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, fossile, ökologisch schädliche Subventionen hinter uns zu lassen. Auch diese Diskussion würde sich, glaube ich, an der Stelle lohnen. Und auch, ich habe das gesagt, ich glaube, Sie haben auch gemerkt, welche Partei da jeweils angesprochen ist. Und ich hatte das ja vorhin auch gesagt, auch an meine eigene, ich glaube auch, auf Marktkräfte stärker vertrauen. Und deswegen die Frage, wie wir privates Kapital, gerade auch bei Unternehmen, die investieren, Forschungsförderung, solche Instrumente, jetzt kommt eine Investitionsprämie für Klimatechnologien, so etwas auszuweiten und wirklich auch dafür Geld in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das ist an der Stelle auch richtig eingesetzt. Und wenn wir da auf kluge Politikberater und Berater hören und weniger in die Kulturkämpfe uns reintreiben lassen, so zuletzt war ja der große Kulturkampf, was ist in deutschen Heizungskellern los? Ich glaube, dann würden wir auch finanz- und steuerpolitisch wirklich einen Schritt nach vorne gehen. Meine Damen und Herren, ich habe, glaube ich, ein paar Themen zur Diskussion genannt. Ich will eines noch mal klarstellen, weil das ja eigentlich irgendwie so die Frage ist, auf die es manchmal immer sehr fokussiert wird in dieser Debatte, gerade wenn man aus dem Schwabeländle kommt, wie hältst du es eigentlich mit der Schuldenbremse? Weil die ja manchmal so tut, die löst alle Probleme, die wir irgendwie haben, wenn die uns jetzt nicht im Weg stünde. Ich bin ein Anhänger der Schuldenbremse. Ich glaube, auch unter Gesichtspunkten der Generationengerechtigkeit ist das richtig. Übrigens, um Ihnen mal Beispiele zu geben, wir steigen jetzt in die Tilgung der Corona-Kredite ein. Das Land Baden-Württemberg nächstes Jahr tilgt einen dreistelligen Millionenbetrag. Das ist Geld, was ganz konkret an anderer Stelle fehlt. Also Tilgung steht dann auch im Wettbewerb zu anderen Ausgabenwünschen, die wir so haben. Der Bund tilgt ab dem Jahr 2028 12 Milliarden. Da sind Sondervermögen und solche Sachen noch nicht eingerechnet. Das sind nur die Belastungen aus der Pandemie. Wenn dann ein junger Mensch, die Süddeutsche Zeitung hat das mal ausgerechnet, mit 18, 19 Jahren ins Berufsleben steigt, wird der Zweidrittel seines Berufslebens diese Schulden mit abtragen. Deswegen, ja, Geld in die Hand nehmen, wenn es sinnvoll und richtig ist, aber es muss eben auch Grenzen erkennen. Jetzt kommt mein Aber. Ich habe in der Vergangenheit auch immer dafür Vorschläge gemacht. Ich glaube, es lohnt sich schon noch mal unter dem eklatanten Investitionsstau, den wir haben, und zwar überall, überall in allen Bereichen, ob man diese Regel nicht klüger, besser, nachhaltiger machen kann, zum Beispiel mit einer Investitionsregel. Da gibt es auch immer Bedenken und Bedenken sind richtig, die ernst zu nehmen. Ganz konkret in der Landespolitik, ein Lehrer ist keine Investition, das ist eine Personalkraft, aber wer kann was gegen eine zusätzliche Lehrerstelle haben? Wobei wir im Kultusbereich vor allem auch das Thema Fachkräfte haben, lösen sie auch nicht unbedingt nur mit Geld, aber Geld kann natürlich schon helfen, keine Frage. Diese Fragen müssen wir uns, glaube ich, an der Stelle auch beantworten und deswegen finde ich, ja, die Schuldenbremse hat, glaube ich, ihre Berechtigung, gerade in den Zeiten, wo wir jetzt sehr viele Schulden aufgenommen haben, aber es gibt keine Denkverbote, immer noch zu überlegen, wie kann man so eine Regel schlauer, intelligenter machen und deswegen mag ich auch nicht so sehr das Bild der schwäbischen Hausfrau, sondern eher der schwäbischen und auch der badischen Unternehmerin, muss ich jetzt auch mal sagen, sonst ist, sonst kommt irgendjemand zu kurz, die badische Unternehmerin, die investiert auch mal auf Kredit, ja, die Zinsen steigen, auch das muss der Staat ernst nehmen, aber es gibt, glaube ich, einen großen Investitionsvorhaben und da ist das durchaus an der einen oder anderen Stelle angebracht. Meine Damen und Herren, ich will damit schließen und vor allem mit einer Anekdote und ich habe einfach darauf gehofft und ich saß gestern vor dem Basketballspiel, habe gedacht, ich will auch mal einen Sportvergleich machen und damit man nicht immer nur über Fußball spricht, auch mal einen Basketballvergleich macht und wann, wenn nicht heute, ich bin übrigens wirklich großer Basketballfan, also habe da Street Credibility, wenn man neudeutsch sagen würde, habe selbst lange gespielt beim USC Heidelberg und ich komme mal zu sprechen, jetzt werde ich noch mal politisch, wir gucken ja alle gerade immer auf diesen Inflation Reduction Act, in jeder Panel-Diskussion geht es darum und ich finde, drei Sachen sind da wichtig, erstens die Größenordnung, ja, das ist jede Menge Geld, die in die Hand nehmen, aber wir nehmen auch sehr viel Geld in die Hand, da müssen uns erstmal nicht die Knie schlottern. Die Amis kommen ja von einem Niveau, wo sie eigentlich kaum bis nichts gemacht haben in dem Bereich, wir haben ja schon einiges gemacht, deswegen die Summen, ja, das ist eine Ansage und wir sehen deutsche Unternehmen, die sich ganz bewusst für den Wirtschaftsstandort in den USA entscheiden, aber das sind keine Summen, wo ich sage, boah, das können wir nicht mithalten. Zweitens, das finde ich schon viel interessanter, Schnelligkeit, amerikanischer Pragmatismus, wer eine, Herr Gössel nickt, das Lied klagen wahrscheinlich Ihre Mitgliedsunternehmen Ihnen noch und nöcher, wer dort einen Antrag stellt, es ist nicht der Bierdeckel, aber es ist halt irgendwie der Two-Pager, hat in vier oder sechs Wochen sein Geld, wenn wir Programme machen, zum Beispiel mit der Europäischen Union, IPSEI-Projekte, Important Projects of Common European Interest, die übrigens auch in Bayern, in Baden-Württemberg, industrie-republikweit, sehr stark in Anspruch genommen werden, die gut sind, zahlt EU, Bund und die Länder, also auch wir nehmen da viel Geld, viel Geld für in die Hand, aus dem Landeskessel, die warten im Zweifel halt mal zwei Jahre. Die Unternehmen sind bereit und sagen, wir können morgen loslegen, aber es dauert. Also Schnelligkeit ist zweite und das dritte und das komme ich wieder ein bisschen zu der Jammerei und was hatte ich vorhin gesagt, die bequeme Position, in der wir es uns gemacht haben und auch so diese negativen, manchmal dystopischen Bilder und die Desindustrialisierung und der kranke Mann, in das wir uns hereinreden. Ich wünsche mir für uns einfach auch mehr Optimismus und jetzt komme ich zum Sport. Es war ja vor zwei Wochen, drei Wochen so, hat man gesagt, Mensch, bei der Leichtathletik EM Deutschland keine EU, keine Medaillen mehr und dann war man schnell bei den Bundesjugendspielen und die Jugend verweichlicht und das Leistungsprinzip und so und keiner saß vor dem, oder die wenigsten, außer die Cracks, die saßen schon vor dem Fernseher, haben gesagt, oh, da bahnt sich was an beim deutschen Basketball, da geht richtig was so. Und eine richtige Turniermannschaft, die sich diesen Erfolg erspielt hat, mega verdient hat, das war kein Lucky Punch, sondern das war wirklich das beste Team und eine tolle, großartige Teamleistung und dass wir das mal nicht richtig feiern, genießen, in dieser Euphorie aufgehen, sondern dass wir dann irgendwie versuchen, wo läuft es nicht so gut und dann gleich unsere bisschen, manchmal einfach gestrickte politische Analyse machen, das ist genau sowas, wo ich sage, da stehen wir uns im Weg und jetzt werde ich wieder politisch oder übertrage das aufs Politische, das ist halt auch beim Inflation Reduction Act, das ist ein Hammer-Narrativ, das ist eine Story, die erzählt der Biden rauf und runter, das macht was mit einem Land, das macht was mit einer Gesellschaft, gerade in einem polarisierten Land wie den USA und jetzt komme ich zu der Bundesrepublik Deutschland, unsere Ausgangslage ist wirklich gut, wir haben alles, was wir brauchen, unser Werkzeugkasten liegt vor uns, wir haben tiptop innovative Unternehmen, wir haben mit die besten Universitäten dieser Welt, wir haben unheimlich viele engagierte Fachkräfte, wir haben eine Zivilgesellschaft, die sich engagiert, es gibt nirgendwo so viele Ehrenamtliche wie bei uns, die sich wirklich reinhängen, wir haben auch eine gute Politik, natürlich schimpfen wir immer unsere Politiker, auch ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich dieses und jenes sehe und lese, aber wir müssen mal schauen, was um uns herum auch in Europa und weltweit passiert, wir haben schon ziemlich gute politische, verantwortungsvolle Rahmenbedingungen, wo demokratische Parteien sich tagsüber im Bundestag auch mal die Kante geben und dann abends aber zu sagen, wir wollen dieses Land schon noch gemeinsam gut vorantreiben, ich finde, das ist eine gute Ausgangslage, um all die Themen anzugehen, die ich heute versucht habe, zumindest mal zu skizzieren, so gut es eben in so einem Format geht. Die Basketballer haben uns gezeigt, wie es geht, jetzt müssen wir es politisch nachmachen, Ärmel hochkrempeln und loslegen, weil uns bleibt gar nichts anderes übrig. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt gucken wir mal, das funktioniert. Ja, Herr Beierst, vielen herzlichen Dank für diese Tour d'Horizon, würde ich fast sagen. Da hat alles, war fast dabei. Die AKW-Frage haben Sie schon beantwortet, Sie haben die Schuldenbremse, den Tauschbetrag erwähnt, Sie haben den Finanzausgleich gestreift und sind am Ende bei den Basketballern gelandet. Eigentlich hat nur noch Hansi Flick gefehlt, aber da glaube ich, es soll ja um Optimismus gehen und darum lassen wir den mal außen vor. Ja, aber um das ein bisschen zu sortieren und uns durch dieses Brombeer-Gestrüpp da zu kämpfen, versuche ich mal ein bisschen zu sortieren und ich glaube, wir beginnen mal mit Berlin und gehen dann auf das Verhältnis Bund-Länder und vielleicht streifen wir auch noch Brüssel und gucken vielleicht nicht nach Pittsburgh, aber dann doch noch zum Inflation Reduction Act. Ja, begonnen mit Berlin, fand ich sehr interessant Ihnen zuzuhören. Sie haben ja sich alle Mühe gegeben, die Bundesregierung nicht zu hart in die Pflicht zu nehmen, haben Sie gelobt während der Energiekrise, haben dann aber auch das Wachstumschancengesetz erwähnt. Als Grüne müssen Sie sich aber doch ein bisschen geärgert haben, dass ausgerechnet die Familienministerin, die Ihrer Partei angehört, dann dieses Wachstumschancengesetz blockiert hat. Also diese Streitereien, das hört man schon raus, die gehen Ihnen schon ziemlich auf den Geist, oder? Zivilisierter Streit in der Gesellschaft gehört dazu und zivilisierter Streit treibt die Gesellschaft auseinander und ich finde auch eine Regierung, auch eine Koalition, auch Parteien dürfen sich dieses Privileg des Diskurses, des Streits herausnehmen und das auch spüren lassen. Ich glaube, die Ampelregierung hat das nicht nur übertrieben, sondern ich will es fast sagen, sie hat es schon fast irgendwie, sie zelebriert es und sagt, es gehört irgendwie dazu, weil nur wer sich jeden Tag wirklich hart die Kante gibt, hat am Ende auch gezeigt, ich habe irgendwie hart gekämpft. Mir hat der Thomas de Maizière, ich hoffe, ich darf die Anekdote erzählen, aber wahrscheinlich hat er die auch woanders schon erzählt und deswegen ist sie kein Staatsgeheimnis. Er hat es mir mal sehr schön erzählt, als ich noch im Bundestag war und ich war auf den letzten Metern, bevor ich nach Stuttgart gewechselt bin und er war auch mal Finanzminister und ich habe ihn immer sehr geschätzt im Austausch, hat er mir gesagt, ja, er erinnert sich an eine Situation, wo er mit dem Beamtenbund, da müsste der Innenminister gewesen sein, über die Beamtenbesoldung hart verhandelt hat und eigentlich waren die sich ausnahmsweise mal kurzer Zeit irgendwie einig und dann haben sie gesagt, wir können jetzt ja nicht voraus vor die Presse gehen und sagen, wir haben das Problem gelöst, weil die Leute, gerade die Mitgliedschaft von Gewerkschaften will ja sehen, dass die Leute feiten und kämpfen und dann saß man halt noch, weiß ich nicht, drei Stunden rum und hat Kaffee und vielleicht auch den anderen oder anderen Wein getrunken und dann geht man raus und sagt, der Kompromiss, also es war kurz vorm Platzen so und diese Dramaturgie, die scheint mir ja irgendwie zu brauchen. Wenn sie aber dafür sorgt, dass die Regierung, die Menschen ein Gefühl haben, die streiten nur noch und es geht vielleicht auch nicht mehr so sehr um die Sache, sondern es geht um die Frage, hat sich jetzt der Christian oder die liebe Lisa durchgesetzt, dann ist es glaube ich irgendwann der Punkt erreicht und wir hatten davor ja auch andere Diskussionen ums Heizungsgesetz und es war ja auch nicht der erste, auch beim Bundeshaushalt, wo diese Streitkultur am Ende nur einen hilft, nämlich diejenigen, die jeden Tag dieses Land schlecht reden wollen, weil sie davon profitieren, nämlich die Populisten, die zunehmend auch eine Bedrohung für einen Wirtschaftsstandort werden und ich würde mal sagen, und deswegen war es mir auch wichtig, eine differenzierte Haltung mit Ihnen zu teilen, im letzten Jahr hat diese Regierung, ich habe das ja gesagt, da wurden Fehler gemacht übrigens, wir im Land ja auch, wir waren ja auch im Krisenmanagement, wir treffen nur vielleicht nicht so entscheidende oder zugespitzte Entscheidungen, nicht desto trotz, auch uns geht ja sowas spurlos nicht vorbei, da hat man diese Krise wirklich mit jeder Faser des Körpers angenommen, war im Autopilot sehr konzentriert und da ist in diesem Jahr nicht mehr so viel übrig und ich glaube, diese Regierung muss sich jetzt wirklich bemühen, wieder in diesen Modus zurückzukommen, mehr miteinander statt gegeneinander, bei dem Industriestrompreis sehe ich übrigens, da gibt es Haltungen, unterschiedliche Haltungen, das ist auch legitim, ein Wirtschaftsminister will gestalten und braucht erst mal Geld, um gestalten zu können, ein Finanzminister sitzt immer irgendwie auf der Kasse, das ist ein natürlicher Konflikt, da würde ich ja erstmal keinen Streit rausdrehen, die Frage ist, wie kann man diese Reibung, wie kann man diese Kontroverse in produktive Diskussionen, in Bahnen lenken, dass am Ende was Gutes herauskommt, darum geht es jetzt und da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Sie die Kurve hinbekommen. Das laute Hämmern, Dämpfen, wie der Kanzler ja vorschlägt, gestritten wird auch zunehmend in Ihrer eigenen Partei, Sie selbst machen keinen Hiel draus, Sie gehören dem Realo-Flügel an, die Ricarda Lang, die grüne Parteichefin, die hat ja gesagt, wir sind auch eine Wirtschaftspartei, zunehmend, man hat aber schon immer mehr das Gefühl, dass die Grünen eigentlich einen auf Rot machen und da meine ich nicht nur die Sozialpolitik, ärgert Sie das? Also ich fange mal so an, in 2011 kam Ministerpräsident Kretschmann, damals noch kein MP, den vorher kein Mensch kannte, also außer die Politik-Nerds in Stuttgart, in dieses Amt, in dieses Verantwortungsvolle und ich erinnere mich an Überschriften, ich habe damals in den USA studiert, im schönen Ländle, da gehen morgen die Lichter aus. Ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass man uns ein Industrieland anvertrauen kann, ich glaube aber auch, dass wir als Partei vor eine riesen Lernkurve hinbekommen haben und mein Perpetuum ist und versuche ich in jeder Situation, in der ich unterwegs bin, auch in meiner eigenen Partei, immer wieder die Lanze zu brechen, zu sagen, die gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, die kriegen wir nur mit unseren Unternehmen hin, sie müssen Teil der Lösung sein, wenn sie Teil des Problems sind, dann machen wir sie zum Teil der Lösung im Bereich der Nachhaltigkeit und dergleichen. Auf der anderen Seite hat sich ja auch die Gesellschaft, auch die Unternehmen geändert. Ich habe damals die ersten Reden gehört von meinem jetzigen MP, als er eben noch besagter, unbekannter Fraktionsvorsitzender war, Sätze wie mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Ich meine, heute gibt es kein CEO, kein Banker, keine Panel-Diskussion, wo das Thema Nachhaltigkeit nicht so einen Raum einnimmt. Das war damals halt schon Exotentum. Deswegen bin ich übrigens nicht trotz, sondern wegen Wirtschaftspolitik bei den Grünen in Baden-Württemberg gelandet. Aber wir sind eine breite Partei. Wir haben auch kontroverse Diskussionen. Ich glaube schon, dass wir auch in dieser Regierungsverantwortung einiges dazugelernt haben. Aber ich würde schon auch sagen, auch wir müssen uns immer wieder drauf besinnen. Der Staat kann nicht alles regeln. Wir brauchen Unternehmen als unsere Partner. Und da ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch Luft nach oben. Das gehört aber auch zum normalen Entwicklungsprozess mit dazu. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, weil Sie sagten, neue Wirtschaftspartei. Ja, den Anspruch, den würde ich auch so formulieren. Und natürlich nehme ich zur Kenntnis, dass zum Beispiel Wirtschaftskompetenzdaten, was denken Menschen über die Wirtschaftskompetenz von einzelnen Parteien, dass da bei uns noch viel Luft nach oben ist. Also wenn wir uns das selbst einreden, kann man mit sich zufrieden sein. Wenn ich aber Empirie und Demoskopie zugrunde lege, sage ich, da geht noch was. Ich glaube, wir haben in Baden-Württemberg auch gezeigt, wie es geht. Da sind wir durchaus ein bisschen Ausreißer. Auch da ist noch Luft nach oben. Und so verstehe ich auch ein bisschen meinen Job, jeden Tag ein bisschen dafür zu arbeiten, dass die Menschen auch sagen, ja, wir können diesen Menschen auch im Wirtschaftsstandort vertrauensvoll anvertrauen. Sie haben auch einen interessanten Satz. In Ihrer Rede haben Sie auch den Doppelwumms von Kanzler Scholz erwähnt, die Bazooka. Man könnte auch seinen Spruch zitieren, you will never, oder nicht sein, aber er hat ihn ja auch zitiert, you will never walk alone. Also der Kanzler will keinen zurücklassen. Er will auch nicht den Menschen hier im Land zu viel zumuten. Sie haben aber auch selbst die Schuldenbremse erwähnt, haben auch gesagt, ja, es geht nicht, immer mehr Schulden anzuhäufen. Aber dieses süße Gift der Subvention, diese Unterstützung, den Menschen zu entziehen, auch wenn die Gefahr des Populismus immer größer wird, das ist ja nicht ganz so einfach. Da habe ich gern, oder hätte ich gern noch ein paar konkretere Antworten von Ihnen gehört. Ich würde die Diskussion zwischen Unterstützung in der Krise, die wir letztes, oder die letzten Jahre auf den Weg gebracht haben, ein bisschen auch von der Subventionsfrage nochmal differenzieren. Ich fange mal an, in welchem Kontext der Bundeskanzler das gesagt hat. You will never walk alone. Das war ein Signal im letzten Jahr, wo sich Menschen verständlicherweise Sorge gemacht haben um die Frage, kann ich eigentlich noch meine Abschlagszahlung bezahlen, wenn die nächste Energierechnung ins Haus kommt. Und deswegen war ja auch die Gas- und Strompreisbremse und alles, was sie auf den Weg gebracht haben, schon das richtige Signal. Ich fand trotzdem den Satz problematisch. Ich finde ihn auch heute problematisch und zwar grundsätzlicher Natur, weil wir eine Anspruchshaltung auch kultivieren, von der es verdammt schwer ist, runterzukommen. Und jetzt sage ich, ich habe ja auch versucht, vorhin selbstkritisch zu sein, die Menschen haben einen legitimen Anspruch, dass dieser Staat funktioniert. Und da gibt es gewaltige Potenziale, wo wir einfach besser werden müssen, um uns auch zu legitimieren und das Vertrauen in öffentliche Institutionen, in die Funktionsfähigkeit des Staates zurückzugewinnen. Da haben wir Hausaufgaben, die sind berechtigt. Es gibt gleichzeitig, und das ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil sich immer mehr Menschen von dem Staat entfernen und eine gewisse Verdrossenheit haben. Und auf der anderen Seite gibt es eine übermäßige Anspruchshaltung, dass externe Schocks, sei es eine Pandemie, für die kein Mensch was kann. Kann keiner was dafür. Und auch über diesen schrecklichen Angriffskrieg kann außer Wladimir Putin erst einmal niemand was dafür. Dass man immer glaubt, da ist jetzt ein externer Schock, 6% Inflation, das muss der Staat jetzt für alle irgendwie kompensieren. Das geht nicht. Und ich finde, da braucht es auch keine klaren Ansagen im Sinne von Blutschweiß und Tränen und Gürtel enger schnallen. So wollen Politiker, die so mit ihren Menschen kommunizieren, werden abgewählt. Wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht. Es braucht ein hohes Maß an Empathie. Aber ich glaube, hier ist Politik erklären gefragt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Und man kann das anders sehen, aber sehr konkret. Das Elterngeld. Wenn Sie das Elterngeld kürzen oder kürzen müssen, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir kürzen es irgendwie für alle oder wir kürzen es halt für die Topverdiener. Ich wusste übrigens nicht mal, dass man bis 300.000 zu versteuern im Einkommen das bekommt, aber sei es drum. gesellschaftspolitisch, frauenpolitisch, gleichstellungspolitisch ein doofes Signal. Das hätte es nicht gebraucht. Also nicht so, dass ich sage, weg damit, Gießkanne. Das ist es nicht. Aber wenn man so eine Entscheidung fällt und sagt, wir haben uns aus den und den Gründen dafür entschieden, weil wir glauben, das ist der wenige schwierige Weg ist, dann finde ich, ist das legitim und zumutbar. Dann muss Politik aber auch erklären. Und da haben wir, glaube ich, eine große Verantwortung. Ich darf vielleicht noch den letzten Satz sagen. eine Diskussion, der wir leider kategorisch aus dem Weg gehen. Und ich habe sie jetzt jüngst mal wieder gestartet, nicht zum ersten Mal. Ich kann Ihnen sagen, ich glaube, zu keinem Thema gibt es so emotionale Fanpost wie zu dem Thema. Das ist die Rentenpolitik in diesem Land. Und da geht es nicht um, erst mal um Zumutung oder ihr müsst jetzt länger. Aber ich glaube, eine differenzierte Diskussion, was wir in einer Wissensgesellschaft, die älter wird, ja, gerade sinkt die Lebenserwartung, das sind auch die Pandemienachwirkungen. Mal schauen, wo es mittelfristig wieder hingeht. Aber in einer älter werdenden Gesellschaft, die stärker eine Wissensgesellschaft ist, so eine Diskussion, rational, sachlich, mit Politikberatung irgendwie zu führen, ist nahezu unmöglich. Und ich glaube, da hat Politik die Verantwortung, sich nicht wegzuducken und zu sagen, das Thema kommt halt erst in 20 Jahren, soll die künftige Politikergeneration sorgen, weil dann ist es zu spät. Sondern aktiv aus der Position der Stärke so etwas anzugehen, den Maßstab, die Ambition habe ich schon, dass Politik da auch Wählerinnen und Wählern einfach Rheinwein einschenken muss. Vielen Dank. Kommen wir ein bisschen von Berlin nach Baden-Württemberg und auf das Verhältnis Bund-Länder. Sie haben ja auch gesagt, eigentlich so viel haben die Länder gar nicht zu entscheiden. Und oft mischt sich der Bund ja eigentlich auch noch ein. Vielleicht eine Frage, die auch gestellt wurde aus dem Publikum. Sie können, ich komme dann schon noch, ich öffne dann schon noch die Diskussion, aber die schon schriftlich gestellt wurde. Bei welchen Themen würden Sie sich den Mehrhandlungsspielraum wünschen? Gerade auch mit Blick auf den, also als Landesfinanzminister, wo Sie ja doch das eine oder andere auch ausbaden müssen, was in Berlin beschlossen wird. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, wir leben in einem föderalen System und wir in der Politik, wir können erst mal unseren Aufgaben gut und verantwortungsvoll nachgehen. Deswegen schreie ich nicht unbedingt nach noch mehr Kompetenzen oder mehr Zuständigkeit. Wir haben eine gute föderale Ordnung. Es gibt immer die Diskussion unserer Bildungssystem. Geht das noch so mit 16 Systemen und so weiter? Ich glaube, der föderale Staat hat die Arbeit, die da gemacht wird, ist besser als der Ruf, den man manchmal so den Eindruck hat in der Öffentlichkeit. Ich will auf den Punkt zu sprechen kommen, den Sie schon angedeutet haben, der uns in den Ländern wirklich das Leben zuletzt schwer gemacht hat. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Bürokratie und Standards. Der Bund, und ich kenne beide Seiten ganz gut, ich war Bundestagsabgeordneter und wenn ich das kurz sagen darf, ein bisschen mit Augen zwinkern, es gibt diese zwei vorherrschende Narrative. In Berlin sagt man, die Länder, das sind gierige Beutezügler und bei jeder Ministerpräsident-Konferenz ziehen sie dem Bund noch mehr Geld aus der Tasche und das machen wir so nicht mehr weiter. Und wenn man in Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, München, you name it anruft, gibt es so manche Stimmen, die sagen, die sind da im Elfenbeinturm, die haben keine Ahnung, was hier vor Ort los ist, die müssen mal herkommen aus ihrem bequemen Parlamentssessel. Ich würde mal sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, es ist ein bisschen differenzierter und der föderale Staat ist besser als sein Ruf. Ein Problem habe ich oder ein Problem haben wir, das war zuletzt das Deutschland-Ticket, das 49-Euro-Ticket. Das war eine Leistung und das ist erst einmal keine Investition in Ausbau des ÖPNV, es ist eine Leistung, die der Staat sagt, die zahlen wir jetzt, die für einige auch attraktiv ist, das ist gut, das wird angenommen. Es geht aber auch nur, wenn dann gleichzeitig der ÖPNV ja ausgebaut wird, gerade auch in ländlichen Gebieten, in Ländern wie Bayern und Bar Vü, was habe ich mit einem 49-Euro-Ticket, wenn ich auf der Schwäbischen Alb oder im Bayerischen Wald, wenn kein Bus fährt, so ein bisschen einfach gesagt. Und wenn der Bund jetzt sagt, naja, die Mehrkosten, dann müsst ihr halt mal schauen, wie ihr es hinbekommt, dann verstellt jeder, dass das Prinzip der Konnexität so nicht funktionieren kann. Mega Beispiel, was uns richtig Probleme macht, bis heute, Ganztagsschule, der Bund sagt, Rechtsanspruch auf Ganztag. Wer kann was dagegen haben? Da stellt sich doch kein Politiker im Land hin und sagt, also das kriegen wir nicht hin und irgendwie schwierig und das wollen wir nicht. So und der Bund hat es anfinanziert, wie wir dies dauerhaft finanzieren, ist ungeklärt, wo wir die ganzen Fachkräfte herbekommen, um diese Standards zu erfüllen, auch nicht gewährleisten. Dann müssen es die Kommunen im Zweifel vor Ort ausbaden und wenn wir uns immer mehr solche Sachen leisten, dann gerät der Föderalismus in eine schwierige Fahrbahn und das wäre mein Wunsch. Klare Verantwortlichkeiten, aber dann eben auch die finanziellen Zusagen der jeweiligen politischen Ebene, weil heute die Menschen da überhaupt gar nicht mehr durchblicken, welche politische Ebene ist für was zuständig, weil wir nur so Mischfinanzierung haben und so kann der Föderalismus nicht funktionieren. Aber wie kommt man da hin? Sie haben ja auch mal eine Föderalismuskommission gefordert. So was braucht es. Also nach der Strompreiskommission die Föderalismuskommission? Ja, da müssen wir schon selbst ran. Die können wir, also da können Fachexperten gerne begleiten, aber das geht nur selbst, weil Föderalismuskommission, das ist föderale Kernerarbeit. Da sitzt halt erst mal jeder Finanzminister, jede Finanzministerin und egal wie plausibel und wie evidenzbasiert das System ist, das geben sie in ihren Taschenrechner ein und wenn dann Plus steht, sagen sie super, da bin ich dabei und wenn dann Minus steht, sagen sie ja, das System, das ist nicht so gut. So, deswegen, das ist halt, so ist, das ist die politische Ökonomie an der Stelle, aber jetzt komme ich zu dem Beispiel zurück, was ich vorhin gesagt habe mit Bürokratie, die wir lange haben schleifen lassen, weil es einfach so gut funktioniert hat. In Zeiten, wo die Steuereinnahmen, nämlich die letzten 15 Jahre, nur den Weg kennen und da braucht keiner aufeinander zeigen, Bund, Länder und Kommunen, alle overperformed und jeder politische Konflikt wurde irgendwie mit Geld gelöst, da schreit natürlich keiner nach Föderalismuskommission, weil man kriegt es halt irgendwie hin, deswegen in Zeiten der Not ist eigentlich die Gelegenheit, sowas anzugehen, dafür braucht man aber die politische Kraft, in dieser Legislatur wird das nichts mehr. Ich glaube, egal wer regiert und wer zusammensitzt, im nächsten Koalitionsvertrag sowas fest zu verankern, ich glaube, das lohnt sich, dass man zumindest mal 10, 15, vielleicht 20 Jahre an der Stelle Ruhe hat. Das wäre schon ein großer Gewinn. Gut, schauen wir mal. Vielleicht eine Frage noch zum Thema, auch eine, die gestellt wurde, weil Sie ja auch die Situation in Baden-Württemberg, den Strukturwandel angesprochen haben, die neuen Industrien, KI wurde erwähnt. Wie funktioniert denn nun nachhaltige Finanzpolitik, wird gefragt, wenn man gleichzeitig einen Strukturwandel schaffen muss. Sie haben es ganz kurz ein bisschen erwähnt, dass man nicht nur sparen soll, sondern eben auch investieren soll. Können Sie noch ein bisschen konkreter werden? Es ist so einfach und es ist so schwer. Also zunächst einmal, der Staat investiert schon auch auf Rekordniveau. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Frage ist immer, reicht uns das, wenn wir das mit vorhergehenden Legislaturen oder Jahren vergleichen, weil Benchmarken müssen wir es ja nicht mit, was haben wir 2023 oder 2022 gemacht, sondern wo müssten wir eigentlich investieren? Die Kommunen schieben einen Investitionsstau von 130 Milliarden vor sich her. Wir haben einen gigantischen Investitionsbedarf im Bereich von Netzausbau, von Infrastrukturen, Brückensanierung. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen. Das ist einfach eine riesige Aufgabe. Übrigens bei mir am Haus hängt auch, ich weiß nicht, ob es in Bayern auch so ist, müsste ich den Kollegen Führacker mal fragen, bei mir ist auch die Bauverwaltung. Wir haben 8000 Gebäude bei uns im Land. Der Großteil davon Universitätshochschulbauten, viele aus den 70er Jahren hochgezogen, energetisch der Horror, kein PV auf dem Dach und keine Wärmepumpe im Keller und so einfach können wir die in solchen komplexen Systemen auch nicht einbauen. Immenser Investitionsstau und selbst wenn ich dort jetzt, wovon ja manche immer dann träumen, wir zaubern mal so ein Sondervermögen aus dem Haus. All die Menschen auf den Ämtern, die das umsetzen, haben wir an der Stelle auch nicht so. Deswegen glaube ich, nachhaltige Finanzpolitik setzt den Fokus ganz klar prioritär auf Investitionen und lässt halt dann das eine oder andere Transferprogramm mal sausen. Die Große Koalition, jetzt mache ich doch mal ein bisschen Parteipolitik, hat das ein bisschen perfektioniertes Spiel. Der eine kriegt seine Rente mit 63, der andere das Baukindergeld, alle sind happy, aber Investitionen im originären Sinne hat es sozusagen nicht befördert, sondern viele Mitnahmeeffekte an der Stelle. Ich glaube, das ist das Wichtigste und der Staat darf sich auch nicht überfordern. Dieses Credo, privates Kapital mobilisieren, Anreize zu setzen, wir sind ja ein reiches Land, also Kapitalproblem haben wir an der Stelle nicht, wie wir Finanzmärkte, am besten EU harmonisiert, das reden wir ja so viel ja auch über einen Binnenmarkt für Finanzmärkte so zu etablieren, dass wir mit Anlagemöglichkeiten, übrigens auch Kleinsparer, Retail-Sparer, aber auch Investoren, die ja auch händeringend Investitionsmöglichkeiten sehen, Möglichkeiten geben, zu partizipieren. Denn wir können jetzt uns intensiv darüber streiten, ob der Anteil der staatlichen Investitionen bei dieser gigantischen Transformation, wo der BDI sagt, 100 Milliarden jedes Jahr, ob das jetzt 10, 12 oder vielleicht 15 Prozent sind, das ist so die Spannbreite und die Diskussion lohnt sich, ich habe ja ein paar Gedanken auch gesagt mit Schuldenbremse, aber der relevante Teil, die 85 Prozent, das ist der, wo die Musik spielt. Denken Sie mal an die baden-württembergische Industrie, Automobil, Chemie, Maschinen- und Anlagenbau, Stahl, Rohstoffe, da spielt die Musik und ich glaube da auch nachhaltige Finanzpolitik so hingehend zu interpretieren, was ist originäre, staatliche Aufgabe, wo muss der Staat investieren, dass der Staat funktioniert, das war ja mein Credo in der funktionierenden Verwaltung und Infrastruktur und wo müssen wir die Regeln so machen, um Kapital, um privates Kapital zu mobilisieren, um diese gigantische Herausforderung der Transformation auch bewerkstelligen zu können. Vielen Dank, jetzt haben Sie den Kollegen Füracker, den bayerischen Finanzminister, erwähnt, jetzt erlauben Sie mir doch noch kurz eine Frage zum Thema Länderfinanzausgleich, da haben Sie ja bisher nur nach Mainz verwiesen, Biontech in Ihre Rede. Sie wissen, Sie kennen die Diskussion hier in Bayern, klar, es herrscht Wahlkampf, das muss man natürlich mitbedenken, aber die Bayern, die sind ja für die, oder mehr als die Hälfte des Ausgleichsvolumens zuständig, also beziehungsweise bezahlen so viel, sind das wichtigste Geberland. Baden-Württemberg ist auch eines der fünf Geberländer, aus Stuttgart hört man aber nicht ganz so viele Klagen, gibt auch keine Klage vom Bundesverfassungsgericht, wie die Bayern das gemacht haben, zahlen Sie auch zu viel? Wir zahlen nicht so viel, der Freistaat zahlt schon eine immense Summe mit jetzt mittlerweile zehn Milliarden, bei uns ist es ungefähr die Hälfte und jetzt sehen wir das nach, ich schätze den Kollegen Füracker außerordentlich, ist übrigens so und das meine ich auch so, die Finanzminister der beiden Länder Bayern und Baden-Württemberg, egal welches Parteibuch die haben, die Interessenslage ist oft schon sehr kongruent und deswegen gibt es da auch immer eine gute Achse und eine gute Zusammenarbeit. Bei der Frage habe ich mir schon gestellt, der letzte Finanzminister, der damals diesen Landesfinanzausgleich mit ausverhandelt hat, hieß glaube ich Markus Söder, der hat das dann halt auch mit unterschrieben und das dann gerade im Jahr von einem Wahlkampf einen einfällt irgendwie, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, da müssen wir mal fürs Gericht ziehen, ein bisschen auffällig ist es schon. Ja, aber kann man alles mit dem Wahlkampf begründen? Also es ist ja vielleicht auch ein Thema der Anreize. Ja, ich will wirklich mal so sagen, um zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Ich habe das auch von meinem Haus nochmal prüfen lassen, wir haben Experten, wir werden auch einen Prozessbevollmächtigten, renommierten Steuerfinanzrechtler auswählen, der das begleitet. Wir werden uns dort differenziert einbringen. Ich halte erstens Klagen nicht für den richtigen Weg, weil ich habe ja gerade gesagt, wenn so etwas dann nicht mehr aufgeht, braucht man eine neue politische Lösung, dann sitzen alle mit dem Taschenrechner da, das können Gerichte nicht für uns lösen, das entscheiden Politiker. Deswegen glaube ich auch ein Thema für eine FÖKO, für eine Föderalismuskommission. Zweitens, ebenso wichtig, wir halten erst einmal das Modell nicht für verfassungswidrig. Da gibt es Punkte, die finde ich legitim, die der Kollege Füracker anspricht, oder besser gesagt, die in der Klage, ich habe die nicht im Detail angelesen, aber ich habe mir berichten lassen, da geht es um die sogenannte Einwohnerveredelung, da werden die Stadtstaaten Bremen, Hamburg, Berlin mit 135 Prozent gewichtet, weil man sagt, die müssen ja besonders viel Infrastruktur, weil Stadtstaaten sind, vorhalten. Ich finde es legitim, sich so ein Thema mal anzuschauen, aber ich sage Ihnen auch ganz offen, es ist ja eine Verfassungsklage. Es geht nicht um die Frage, ist das ökonomisch jetzt richtig oder falsch, es glaube ich, ich brauche ein Mindestmaß der Solidarität. Das gehört auch, glaube ich, mit dazu, auch innerhalb der Bundesrepublik und alles andere müssen dann Juristen erklären. Wir werden das sehr differenziert und konstruktiv begleiten und wenn es heißt, ihr müsst die Regeln irgendwie anpassen, dann fällt mir auch kein Zacken aus der Krone, aber das macht man in den richtigen, den Spruch darf ich mir jetzt noch gönnen, das macht man in den richtigen Gremien, im Bierzelt wird man den Länderfinanzausgleich, glaube ich, nicht reformieren können. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, liebe Damen und Herren, Sie haben natürlich auch... Das ist nichts gegen das Bierzelt. Ja, großen Respekt davor an der Stelle, aber der Ort muss schon passen. Gut, vielen Dank. Ja, an dieser Stelle noch die Frage in den Saal. Ich habe zwei, drei Fragen aufgenommen, die da über das Tablet gestellt wurden, sind aber auch Fragen im Saal. Ich sehe da eine erste Hand. Es gibt ein Mikrofon. Genau, wenn Sie kurz aufstehen. Ich habe eine Frage an Sie, und zwar, wir haben ja Pandemie und Angriffskrieg haben Sie auch angesprochen, aber wie schaut es denn aus mit der Klimakrise erfordert, die besondere, nachhaltige Finanzpolitik? Ich habe gerade vor wenigen Minuten von Ihrem Parteikollegen Sven Giegold bekommen ein Webinar zur ersten nationalen Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Gibt es denn da irgendwelche längerfristigen Strategien Finanzpolitik zur Klimakrise? Also ich würde mal sagen, ich versuche das mal ein bisschen zu klastern in zwei kurze Aspekte. Das erste ist die Frage, hat die Klimakrise dasselbe Level an Notstand wie eine Pandemie? Übrigens auch da gibt es, machen Verfassungsrechtler sich Gedanken, nämlich zum Beispiel, kann man die Ausnahme der Schuldenbremse nutzen. Ich kann der Argumentation ganz gut folgen, dass man sagt, eine Pandemie, die hier im Jetzt ganz konkret Leben bedroht, ist etwas anderes als ein Thema, was uns über viele Jahre beschäftigen wird. Natürlich ist es so, wenn die Politik nicht handelt und das Thema immer mehr aufschiebt, dass wir in so einen Notstand kommen. Das ist ja das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem es sagt, wenn die Politik jetzt zu wenig macht, werden die Handlungsoptionen von künftigen Generationen eingeschränkt. Das gilt im finanzpolitischen Sinne genauso wie im ökologischen. Ich finde, das muss man sehr ernst nehmen. Aber es ist vor allem erst einmal die Aufgabe von Politik, das Thema zu priorisieren und dem gerecht zu werden. Wir wissen seit wie vielen Jahren über den Klimawandel Bescheid. Das ist ja jetzt erst nicht seit gestern so. Einigen ist vielleicht der Groschen gestern, vorgestern gefallen, aber wir brauchen natürlich auch politische Mehrheiten, um das umzusetzen. Und ich habe den Eindruck, es hat sich schon auch unheimlich viel getan. Jetzt komme ich zu ihrem zweiten Teil der Frage. Ich finde das unheimlich spannend, dass viele Unternehmen auch in alternativen Gesellschaftsformen sich Gedanken machen, wie können wir unseren Beitrag leisten. Auch wir haben übrigens nicht nur im Koalitionsvertrag verankert, sondern sind auch schon den Weg gegangen mit unseren anderen eigenen Landesbeteiligungen, die wir haben an der einen oder anderen Stelle, solche Modelle wie eine Gemeinwohlökonomie zu verfolgen. Am Ende will ich aber auch sagen, nicht, dass sich das nicht lohnt, aber das ist eine Nische und die Frage ist, wie kriegen wir die große Wirtschaft, die große Industrie transformiert. Da entstehen die CO2-Emissionen. Ich habe mit dem Herrn Bruder Müller, CEO von BASF, mal länger diskutiert. Der sagt, ich glaube, alleine am Standort in Ludwigshafen entstehen 2% der CO2-Emissionen der gesamten Bundesrepublik. Ich meine es jetzt wirklich nicht polemisch, wenn ich nebendran einen sozialen Inkubator, den wir übrigens auch fördern, soziale Innovationen, übrigens auch mehr Gründerinnen, auch da sind wir noch ein bisschen hinterher, mehr Frauen in Gründung zu bringen. Viele von denen, die sich gerade auch im Sozialbereich engagieren, genau sowas zu forcieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn wir es ernst meinen und wenn wir wollen, dass Länder wie China, wie Indien uns nachfolgen, dann haben wir die Verantwortung, als Industrieland zu zeigen, wie können wir Wohlstand, arbeitsliche, wirtschaftliche Entwicklung sichern und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und fossilfreies Wirtschaft ermöglichen. Wenn wir diesen Beweis zeigen, dann machen sich andere Regionen, glaube ich, auf den Weg und dann kriegen wir die Klimakrise in den Griff. Und ich glaube, das ist die große Frage, um die es sich dreht. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage, kurze Frage und kurze Antwort. Bitte. Super. Ja, ich stehe gerne auf. Niklas Petrafke vom IFO. Also erstmal, ich fand das beeindruckend. Das war während stark, Herr Bayert. Auch im Hinblick so, ich bin sonst relativ resigniert, was Politik anbelangt und jetzt da nochmal einen jungen Politiker zu haben. Also echt stark. Ich mag aber ein bisschen kritisch sein dürfen und zwar nochmal an das Thema eigentlich erinnern. Ich hätte gerne so ein bisschen vielleicht mehr zugespitzt, was zu Ihrer Sicht zur Finanzpolitik oder zur nachhaltigen Finanzpolitik gehört. Vielleicht auch offener zu sagen, und jetzt mache ich Fragen, glauben Sie, dass die Finanzpolitik in Baden-Württemberg, in Deutschland nachhaltig ist? Und wenn nicht, was heißt denn das? Das haben Sie schon so ein bisschen durchblicken lassen, auch so einzelne Maßnahmen. Aber warum ist Politik da nicht ehrlich? Ich komme jetzt so ein bisschen mit meiner Sicht der Dinge schon durch, inwieweit Finanzpolitik wirklich nachhaltig ist. Warum sprechen Sie das nicht an? Beim Klima wird das gemacht. Spitzen Sie doch einen Tick mehr zu, dass ich auch besser verstehe, wo Ihre Reise hingeht. Nein, wir wissen, dass die Finanzpolitik nicht nachhaltig ist und die Politik duckt sich da einfach weg. Und gerade bei den Grünen, also ich fand doch gut, dass Sie gesagt haben, was ist das Problem? Aber interpretieren Sie mal wie? Im Sinne von, wir machen zu viel Schulden nicht nachhaltig oder wir kümmern uns nicht um die richtigen Sachen, um eine nachhaltige Gesellschaft oder Wirtschaft? Nein, wir würden sagen, dass so eine intertemporale Budgetrestriktion eingehalten werden kann, dass es uns in der Zukunft auch gelingt, die Aufgaben, die wir haben, auch zu finanzieren. Das ist eigentlich so unsere Vorstellung von nachhaltiger Finanzpolitik. Und da gibt es auch viel Beratung und es gibt auch viel Austausch mit der Politik und gehört wird das nicht. Wir reden viel über den Nachhaltigkeitsbegriff bei Klimafragen. Das ist auch in der Gesellschaft angekommen. Das wird gepusht. Aber in der Finanzpolitik, und darauf habe ich so ein bisschen drauf gewartet, da geht das unter. Warum ist das so? Warum greifen Sie da nicht an? Also ich würde das tatsächlich, also ich hoffe, also erstmal vielen Dank für das Feedback und die Blumen und motiviert auch immer, muss ja auch ein bisschen Inspiration voraus saugen und dann auch danke dafür, dass Sie den Finger nochmal kritisch wo reingelegt haben. Will Ihnen aber auch ein Stück weit widersprechen, weil wenn es so wäre, wenn ich es anders empfände, würde ich es glaube ich auch offen ansprechen. Ich finde erst einmal, dass wir unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten schon mit unseren Möglichkeiten, besser geht immer, ist doch keine Frage, aber schon auch sehr nachhaltig, soll heißen, um mal von diesem Begriff wegzukommen, sehr verantwortungsvoll, sehr bewusst umgehen. Wir haben zum Beispiel, ich sage immer einen, auch einen Unterschied, wo dann auch politische Wechsel manchmal zu neuen Perspektiven führen können. Wir haben mal das Thema verdeckte Schulden ganz aktiv gesetzt, weil wir haben gesagt, wir können einen Haushalt sanieren und sagen, super, schwarze Null, heften wir uns ans Revers, haben ja Politiker auch mit allen Parteibüchern dann diese tollen Bilder gemacht mit der schwarzen Null, wenn man die eingehalten hat, wenn man gleichzeitig Infrastruktur, ich habe unsere Bauten, unsere Gebäude genannt, wenn man die verlottern lässt, bringt das irgendwie auch nichts. Dann hat auch eine künftige Generation an der Stelle, glaube ich, nichts. Und deswegen mit einem neuen, fairen Maßstab zu schauen, wie sieht eine verantwortungsvolle Finanzpolitik aus, die, und jetzt bringe ich es mal auf einen Nenner, und das ist nicht einfach zusammenzubringen, weil es sich manchmal widerspricht, eine, ja, eine tragfähige Schulden einerseits und einen lebenswerten Planeten und eine funktionierende Gesellschaft, Infrastruktur und dergleichen hinterlässt. Weil jetzt könnte ich ja auch mal umkehren das System und sagen, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir kümmern uns gar nicht mehr um das Thema, weil Sie sagen, Klimapolitik wird ja jetzt ja gepusht und sagen, müssen wir irgendwie nicht mehr priorisieren, passiert ja ein bisschen was. Und in 10, 15 Jahren sehen wir, wir haben irgendwie die Kurve nicht bekommen, haben den Planeten vor die Wand gefahren und sagen aber dafür, aber liebe Kinder, wir haben dafür 15 Jahre hintereinander jedes Jahr die Schuldenbremse eingehalten. Das wäre, glaube ich, auch nicht proportional. Und deswegen würde ich sagen, mein Anspruch ist, beide Seiten der Medaillen zusammenzubringen, vielleicht sogar zu schauen, wo sie sich ergänzen. Auch diese Möglichkeiten gibt es. Und an dem Maßstab würde ich mich, ich glaube, messen lassen. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, wir machen das schon ganz okay. Natürlich machen mir die Summen Sorge. Ich sage sie nochmal. 15 Milliarden Kredite, die wir aufgenommen haben in der Pandemie. Nächstes Jahr geht es in die Tilgung. Das steht ganz konkret im Wettbewerb zu anderen Dingen, die wir vielleicht irgendwie auch machen wollen. Deswegen sage ich auch Aldenien, die sagen einfach nur, mehr Geld ins System wird nicht die Lösung sein. Aber einfach nur zu sagen, sollen es halt mal andere machen. Ich glaube, damit werden wir der Sache auch nicht gerecht. Und deswegen ist mein Anspruch zu sagen, wir müssen beide Seiten zusammenbekommen. Das ist mein Maßstab an nachhaltiger Finanzpolitik. Vielen Dank, Daniel Bayert. Ja, ich glaube, man könnte noch sehr lange diskutieren in der Runde. Die Zeit, wie gesagt, wir haben schon fast 20 Minuten überzogen. Und bevor wir da dann in den Abend, tief in den Abend gehen, glaube ich, setzen wir hier einen Punkt. Ich würde sagen, wir setzen die Diskussion irgendwann mal nächstes oder übernächstes Jahr fort. Aber vorher herzlichen Dank an Sie und gutes Gelingen in Baden-Württemberg. Und jetzt Blick noch, Clemens Fust, auf die nächste Veranstaltung. Bitte. Also vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite, das war eine fulminante Veranstaltung. Mir bleibt der Hinweis auf die kommenden Veranstaltungen. Das Oberthema, ich habe es gesagt, und wir haben es gehört, ist ja Nachhaltigkeit bei uns beim nächsten Mal, wenden wir uns noch stärker den Finanzmarkt zu. Das hatten Sie ja heute auch angesprochen. Ganz wichtiges Thema. Wie mobilisieren wir privates Kapital, vor allem auch öffentliches, aber privates Kapital für die Transformation? Frau Mauderer von der Deutschen Bundesbank kommt, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Sie wird sprechen über grüne Transformation der Wirtschaft. Wie kann der Strukturwandel gelingen? Also sie ist zuständig für das Thema Finanzmarktregulierung bei der Bundesbank und wird es eben aus der Perspektive besprechen. Und dann am 20. November wird kommen Herr Professor Clement Tockner. Er ist Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und da wird er nochmal auf ein Thema kommen, was ich beim letzten Mal angesprochen habe, nämlich das Thema Artenvielfalt. Er wird also sprechen über Rückgang der Artenvielfalt. Was bedeutet das für Wirtschaft und Gesellschaft? Ich glaube, das werden spannende Vorträge für heute nochmal Ihnen, lieber Herr Bayes, vielen Dank und Ihnen, Frau Witwer und natürlich herzlichen Dank an die IHK München und Oberbayern. Und abschließend kann man auch sagen, es gibt noch einen Empfang. Die IHK lädt hier wie nach jeder Veranstaltung ein zu einem Empfang. Nebenan Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie mitdiskutiert haben und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Dankeschön. Vielen Dank.